Uns ist das Gefühl dafür abhandengekommen, in was für einer privilegierten und guten Welt wir leben. Dass wir sehr viel Sicherheit haben, dass die Gewalt in Familien massiv runtergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dass eine große Offenheit da ist für verschiedene Lebensmodelle, dass wir sehr frei sind tatsächlich, also unvergleichlich frei im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten. Und stattdessen gibt es eben ein Gefühl dafür, ein gutes Bewusstsein dafür, was alles nicht gut läuft. Das Schwierige ist oft für Eltern, dass du tatsächlich der perfekte Vater für deine Kinder bist. Du bist komplett daneben, du siehst komisch aus, du bist völlig Panne, ja, also das will ich dir gerne bestätigen, aber du bist komischerweise der perfekte Vater für deine Kinder. Und das müssen wir erstmal akzeptieren. Es gibt keinen besseren Vater als dich. Und wenn ich das so nehme, dann komme ich auch raus aus der Nummer. Was ich auch so toll finde, dass uns Kinder immer genau die Entwicklungsaufgaben geben, die noch übrig geblieben sind. Voll krass, ja. Also wenn wir immer ein bisschen lahmarschig sind und so, dann bringen uns unsere Kinder auf Trab. Aber wenn wir hyperaktiv sind, dann bringen uns unsere Kinder auch bei ruhiger zu werden und nochmal nachzudenken. Wenn wir Organisationsfreak sind, dann bringen uns unsere Kinder bei, mit Unordnung klarzukommen und umgekehrt. Also unsere Kinder schenken uns immer die Entwicklungsaufgabe, also die größten Entwicklungsaufgaben, die uns noch gefehlt haben. Und wir können jetzt super sauer darüber sein, dass unsere Kinder so absolut unordentlich sind. Und wir können aber auch sagen, ist das cool, dass ich mich jetzt sogar noch mit 40 einfach weiterentwickeln darf. Das ist doch ein totales Geschenk. Willkommen im Hotel Matze. Ich bin Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Jakob Hein. Jakob Hein ist Schriftsteller und Kinderpsychiater. Mit ihm kann man über ganz, ganz viele Sachen sprechen, zum Beispiel über seine Bücher. Das machen wir heute weniger. Es geht im ersten Teil ein bisschen um seine Biografie. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass er schon mit 14 Jahren wusste, dass er mal Kinderpsychiater werden will oder werden wird. Und darüber sprechen wir. Wir reden auch über seine wilden Wendejahre, die ich immer sehr, sehr spannend finde. Er war live hier in Berlin dabei. Und dann im zweiten Teil geht es um seine Arbeit als Kinderpsychiater. Ich wollte wissen, warum die Menschen in seine Praxis kommen. Woran ich erkenne als Vater, dass mein Kind zu einem Kinderpsychiater gehen sollte. Wie die Krisen der Welt das beeinflussen, was die Menschen in seine Praxis so bringt. Es geht um Selbstmitleid. Es geht um den Begriff des Normalen. Wir sprechen darüber, warum das, was wir nicht tun sollten, so anziehend für uns ist. Und am Ende war es auch sehr selbsttherapeutisch, würde ich sagen, weil ich wollte wissen, woran ich erkenne, was mein Kind so braucht. Darum geht es im Podcast. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Vor allen Dingen aber Zuversicht. Und ich wünsche euch viel Vergnügen. Emotel Matze mit Jakob Hain. In einem Zeitinterview hast du einen wunderbaren Satz gesagt. Ich habe jeden Menschen Hass verloren. Glaube ich, ja. Ja, also zumindest, was steht das da drin? Wie ist dir das gelungen? Unsere Berufe sind ja sehr ähnlich. Also wir sprechen sehr, sehr viel mit Menschen und ich spreche auch sehr, sehr viel mit Menschen in absoluten Grenzsituationen und Menschen, die irgendwie, die in Ausnahmesituationen sind, die auch gesellschaftlich im Abseits sind oder so. Das gehört einfach zum Beruf dazu. Jetzt natürlich, also nicht mit Menschen, die kriminelle Taten verübt haben, das gehört weniger dazu. Und so lernt man ja auch sehr viel über die verschiedenen Motivationen und die verschiedenen Gründe. Und du weißt, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat. Und du merkst, dass, also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Geschichte erzählt von einer Trennung und wie gemein sich die andere Person verhalten hat, dann höre ich quasi im Kopf immer die andere Tonspur mitlaufen. Und ich weiß, dass diese Person das nicht so sehen wird, sondern dass die Person sagen wird, wow, das lief auch ein bisschen anders. Und ich weiß, dass er das so wahrnimmt, aber ich denke, dass bestimmte Dinge auch so gelaufen sind. Und dann fällt es eben schwer, so zu hassen, weil Hass hat ja auch immer mit so einer Blindheit zu tun, mit so einem Nichtsehen von, aber auch mit dem Nichtsehen wollen. Und da mein Beruf ist, dass ich das bereit sein muss, sehen zu wollen, fällt mir das schwer, Menschen zu hassen. Und hast du irgendwann gemerkt, oh, ich hasse nicht mehr oder dieses Gefühl ist mir abhandengekommen? Glaube ich ja. Also es gab nicht eine Sekunde, also eine bestimmte prägende Sekunde meines Lebens, aber irgendwann ist mir aufgefallen, ich glaube, einer meiner Lieblingspodcasts ist Maintenance Face mit Aubrey Gordon und Michael Hobbs. Und da geht es um Körperschema, um Übergewicht, um wie, wo der BMI herkommt und solche Sachen. Aubrey Gordon bezeichnet sich selber als Fett-Faktivist, also sie ist selber, bezeichnet sich selber als Fett, nicht als übergewichtig oder adipös. Und Michael Hobbs ist so ein sehr, auch ein sehr kluger Journalist, der unheimlich viel recherchiert, der selber nicht fett ist. Und dann dachte ich so, ja, Witze über Dicke, das fand ich früher lustig, so. Das war irgendwie ganz okay, so, ähm, 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 Marius Müller-Westernhagen macht ein Lied über Dicke, irgendwie cool, der hatte bestimmt damit hunderttausende verdient, das hat, ist... Die Ärzte, die Verte Elke. Genau. Und, ähm, finde es auch sehr cool von den Ärzten, dass sie sagen, haben wir heute keinen Bock mehr zu spielen, das haben wir mal gemacht, das Lied, das gehört zu unserem Oeuvre, wenn man so will, aber eigentlich, oh, uns, also wir würden es heute nicht nochmal spielen. Warum? Was soll der Scheiß? Das war ja dann das Letzte, was die Bild-Zeitung über die Ärzte schreiben konnte. Und, ähm, da ist mir so aufgefallen, eigentlich ist das, ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr darauf, mich über Leute lustig zu machen, oder das ist eigentlich immer nicht besonders lustig, ja. Und, ähm, 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 mehr Menschen mit Transidentität gibt, sodass ich eben gelernt habe, wenn man so eine bestimmte, wenn man die Scheuklappen abnimmt, also so eine bestimmte Verengung der Sicht sich nicht gestattet, dann sieht man plötzlich so viel mehr und kann sich über so viel weniger lustig machen. Ist denn Hass für irgendetwas gut? Ja, also Hass hilft halt Territorium zu verteidigen, also Hass hilft halt meinen Raum, in dem ich mich als biologisches Wesen bewegen kann, groß zu halten oder zu vergrößern, weil nur Hass ermöglicht mir ja andere Menschen auch anderen Menschen massiv zu schaden. Wenn ich jetzt den anderen Menschen als Person wahrnehme, dann fällt es mir sehr schwer, dem Schaden zuzufügen. Wir hatten mal, es gab mal so einen Fall in der Charité von so einem jugendlichen Straftäter, also der immer wieder in Gewaltexzesse verfallen ist und da hatte eben der Psychologe, der ihn behandelt hat, das ist in den 70er Jahren gewesen, also mir erzählte ein Kollege, erzählte das dann später und der zwang ihn im Rahmen seiner Behandlung, die Anatomie des Schädels zu studieren. Also der Schädel besteht ja aus, ich weiß nicht, jetzt sage ich es falsch, 17 Knochen oder so, aber es sind viele Knochen und die sind alle irgendwie zusammengesetzt, da gibt es eine embryologische Entwicklung und all sowas. Also er hat ihn einfach so, also er hat mit ihm zusammen die Anatomie des Menschen und besonders des Schädels studiert und dann sagte der eben schon am Ende zu ihm, wow, das hat jetzt gar keinen Spaß gemacht, weil ich ja jetzt überhaupt, also ich habe jetzt eine gute Vorstellung, was passiert, wenn ich Gewalt auf dieses System ausübe und ich, also er hat es bestimmt anders formuliert, aber er war total genervt von dieser, einfach davon zu lernen, dass eben die anderen Menschen auch Menschen sind und wie Verletzlichkeit eigentlich funktioniert. Verstehe. Und wenn jetzt, also ich erlebe, oder wir alle erleben ja, glaube ich, eine Zeit, wo wieder mehr gehasst wird. Hast du aus deiner psychiatrischen Sicht eine Idee, warum das gerade so ist? Ja, ich fürchte auf jeden Fall, dass es eben also so eine Erlaubnis ist. Also ich glaube, wenn man keinen Stammtisch hat, verhält man sich auch ein bisschen ruhiger, also jetzt in diesem, diesen, diesen metaphorischen Stammtisch. Also wenn eben Leute in die Öffentlichkeit gehen und, 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 hasserfüllte Ressentiments schüren und, 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 ich höre auch sehr viel diese berühmten Hunde pfeifen. Also ich, man hört auch so sehr viel so, dass, dass man schon weiß, was gemeint ist, wenn man ganz genau zuhört, dass, das läuft ja gerade auch sehr viel. Also dass man so, also dass eben Politiker von einer bestimmten Partei dann eben sehr viel eben in die Medien gehen und, und Sachen sagen, wo man weiß, wie man es weiterdenken soll und so. Und wenn ich eben auch, wenn man eben so denkt, also das eben so mit Mistgabeln und Traktoren so irgendwie durch die Innenstädte fahren und dann so PolitikerInnen Angst machen, dass das eben irgendwie nicht so schlimm ist und dass man eben auch die Sorgen dieser Leute versteht, die sich da außerhalb von Recht und Gesetz begeben, dann, dann wird da so eine Grundlage geschaffen, aufgrund, auf der mein Hass okay ist und, und das ist immer das Problem, weil eigentlich, ich sage immer, wenn mir jemand in der U-Bahn auf den Fuß tritt, das kann ja richtig wehtun, der hat jetzt Absätze an, gibt es eine Mikrosekunde, in der ich diese Person töten will. Es gibt einfach eine Mikrosekunde, es gibt so ein berühmtes Foto von Jürgen Klopp, wo er ein Problem mit dem Schiedsrichter hat und das Foto ist in der Sekunde geschossen, wo er den Schiedsrichter ermorden will. Natürlich macht er das nicht und der bremst sich dann, manchmal hat er sich ja auch in der Vergangenheit nicht bremsen können und Gesellschaft besteht ja daraus, diese Mikrosekunden in den Griff zu kriegen und diese Mikrosekunden eben nicht, also nicht, denen eben kein, kein Recht zu geben und zu sagen, ja, also, die, die Gesellschaft auch von Menschen besteht darin, diese Mikrosekunden zu managen und in den Griff zu bekommen und, ja, und deswegen, glaube ich, ist es eben wichtig, Hass eben keine Plattform zu geben und, 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 den eben, also da möglichst eben wenig, dem wenig Stimme zu geben und den immer so auch zu entlarven und zu sagen, hm, das ist jetzt, ist jetzt eigentlich nur menschenfeindlich, was sie sagen. Also, ist ja auch so interessant, also, ich denke schon, dass eben, dass, dass eben zum Beispiel die Priorisierung unserer Probleme, also, der politischen Aufgaben, die vor uns stehen, halt nach emotionalen Gesichtspunkten erfolgt, dass man eben sagt, also, wir gucken mal, wo die Emotion gerade am stärksten sitzt und dann beschäftigen wir uns damit auch ganz intensiv darüber, wir machen darüber Wahlkampf und, ähm, das ist schon nicht ganz ungefährlich, weil wir vielleicht bestimmte andere wichtige politische Themen, die, ähm, die weniger zu emotionalisieren sind dadurch übersehen und das, ähm, bekommt uns als Gesellschaft sicher nicht gut, denke ich. Hass, würdest du sagen, ist ein Gefühl, oder? Ja, nichts als. Ja, und wenn man das aber fühlt, und du hast es gerade diese Millisekunde, die, die gilt es quasi zu managen, wo fängt aber eine Unterdrückung an? Also, wenn wir sagen, okay, ähm, also, ne, diese Gefühle, es gibt ja Gefühle und warum ist das eine Gefühl besser als das andere? Und ist das gut, wenn wir jetzt sagen, wir unterdrücken den Hass? Die Unterdrückung beginnt in der Sekunde, wo ich in einer Gesellschaft leben möchte. In der, in der, in der Sekunde, wo ich in, in einer Gruppe von mehr als, also, mehr als mir leben möchte, ähm, wird dieses Zusammenleben nur gut funktionieren, wenn ich auch bestimmte Anteile, besonders bestimmte Emotionen von mir auch unterdrücke. Das muss so sein. Ist es nicht anders vorstellbar? Ja, sonst töte ich den, den, den Mann, der mir in der U-Bahn auf den Fuß getreten hat. Und das ist völlig berechtigt. Es hat wahnsinnig weh getan. Mein Fuß hat ein Auer, vielleicht ist sogar ein Zeh gebrochen. Ich gucke da nachher nach. Und, ähm, dann kriege ich keinen Termin bei der Radiologin, dann amort ich die auch noch. Also, ähm, da, da gibt es eine gewisse Berechtigung. Und unsere Emotionen fühlen sich sehr wahr an. Also, unsere Emotionen sind unheimlich nah an uns dran. Also, wir machen ja auch die dümmsten Sachen. Also, auch zum Beispiel für Liebe. Wir, wir sind überzeugt, wir sind jetzt sehr verliebt in diese Person und machen lauter Sachen, wo, wo wirklich jeder und jede, die wir gefragt haben, und sagt, oh, mach das mal lieber nicht. Nein, nein, aber es ist wirklich Liebe. diesmal. Und so machen wir eben Sachen bei Emotionen, besonders, aber eben, und, und bei, bei Hass und Wut und diesen negativen Emotionen machen wir eben destruktive Sachen. Und das ist, also, und die Gesellschaft besteht eben darin, diese, damit umzugehen und, und, und Plattformen zu finden oder eben, ja, eben Gesetzeswerke und so zu finden, wie, wie das eben in den Griff bekommen werden kann. Und, und dann kann es funktionieren. Insofern ist, ist Unterdrückung schon eine tägliche Normalität? Also, wir müssen alle unterdrücken, weil wir zusammenleben wollen. Genau. Ja. Ist es nicht anders vorstellbar? Und dann ist eben die Frage des Grades oder, oder auch die Frage des, möchte ich mit einer Person zusammen sein, wo ich meine negativen Gefühle ständig unterdrücken muss? Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Person einfach nicht leiden kann oder wenn ich mit der Person nicht besprechen kann, dass sie mir ein Trauma angetan hat oder wenn die Person mich an eine andere Person erinnert, die meine Kindheit zum, zum Abschluss schlechteren verkehrt hat, muss ich dann meine Gefühle unterdrücken? Und da würde ich sagen, natürlich nein. Also ich kann, dann kann ich mir eben den, den Kontext eben aussuchen. muss ich unterdrücken meine, meine, meine Gender-Identität, ja. Und da war ja lange der gesellschaftliche Konsens, ja, sollte man, also wenn man eben, wenn man eben Transgender ist, dann sollte man das unterdrücken. Dann gibt es eben Räume, wo man sich vielleicht mal als transweibliche Person in weiblich gelesene Kleidung anziehen kann. Und als weiblich gelesene Person kann man dann sehr burschikos auftreten oder so. Also da gab es sogar interessanterweise mehrere Sachen in der Geschichte, wie man transmännlich sein konnte, indem man sich zum Beispiel eine Armee anschloss und da einfach sagte man, das ist ein Junge, dann fielen wahrscheinlich die meisten nicht auf. Und da gab es aber eben dieses Agreement, nee, wir unterdrücken das. Und dann verändern sich diese Agreements auch manchmal. Und das ist sozusagen täglich nur zu verhandeln oder monatlich zumindest. Und ab wann würdest du sagen, ist dieses, also du hast gerade schon gesagt, wenn es zu sehr zur Last wird, dann fängt eine Unterdrückung wirklich an, dass die für mich selber oder für dich und so weiter gefährlich wird. Gibt es so ein, gibt es einen Schwellpunkt? Kannst du das erkennen? Weißt du, ab jetzt wird es schwierig? Kann man das sagen? Also ich kann das nicht sagen, definitiv. Ich denke, also ich erlebe es ja eben durch meine Arbeit immer als hochindividuell. Also was eine Person, also man kennt das sehr gut aus Familien, wo Geschwister sind. Also es ist eine sehr, sehr identische Familienkonstellation. Die Geschwister sind manchmal Zwillingsgeschwister, aber die sind manchmal eben auch nur zwei Jahre auseinander. Und doch verarbeitet die eine die Familienkonstellation total entspannt und gut und fühlt sich wohl. Und das andere Geschwisterkind, dem geht es gar nicht gut damit und das ist gestresst und braucht unbedingt Behandlung und Beratung, weil es gar nicht klarkommt. Und insofern ist das eben sehr, sehr individuell. Ich glaube, ich glaube in dem Moment, in dem Moment, wo wir Menschengruppen zuschreiben, dass sie sich über andere erheben dürfen. Also wenn wir so sagen, okay, also jetzt zum Beispiel mit so einer Haarfarbe ist man eben eine Führungspersönlichkeit und mit so einer Haarfarbe ist man keine Persönlichkeit, wenn man eben, also alle möglichen Eigenschaften, die man so haben kann. Also Menschen, die auf dem Rücken schlafen, die haben mehr zu sagen als Menschen, die auf dem Bauch schlafen. In dem Moment wird es dann eben schwierig. Also wenn man dann so, also wenn man einfach sozusagen so biologistische Hierarchien einführt, dann wird es sicherlich nicht netter. Ich habe über dich gelesen, dass du eigentlich ein Stubenhocker bist. Also jemand, der gern drin ist und das wahrscheinlich auch schon eigentlich sein ganzes Leben lang viel gelesen, auch schon Geschichten dir ausgedacht. Warum wolltest du schon so jung mit 14 Psychiater werden? Also warum, das ist ja etwas, wo man im Grunde ja auch drin ist, aber doch immer raus geht, weil man mit jemandem in Kontakt ist. Also Stubenhocker kenne ich dann immer eher als so Eremiten, die so für sich sein wollen. Ja, ich bin ein extrovertierter Stubenhocker. Genau, aber es ist irgendwie das Ähnliche. Also ich sitze in meiner Praxis, die Menschen kommen und ich berate mich mit denen und dann gehen sie wieder und ich mache Feierabend und bin dann wieder so ganz in meiner Welt und ganz auch in meinem Privatissimum, wenn man so will. Und es ist ja eigentlich so ähnlich, wie aus dem Fenster gucken, was ich als Kind so gerne gemacht habe. Also man ist so in seiner Wohnung, in seiner Sicherheit oder so und guckt so aus dem Fenster und guckt so, was die Leute so treiben. Und das Tolle ist eben, als Psychiater und Psychotherapeut darf ich mich da mit so beteiligen, beratend und so. Aber, also was mehr Spaß macht, als aus dem Fenster zu gucken, wie die anderen Kinder Fußball spielen. Aber gleichzeitig ist es schon ähnlich. Es ist sowas Ähnliches. Und warum wolltest du so früh schon Psychiater werden? Irgendwie hat mich das sehr interessiert. Mich, ich fand das alles unfassbar faszinierend, was darüber so geredet wurde und auch so, was man so dazu lesen konnte, so auch Sigmund Freud und Alfred Adler und Karl Gustav Jung und die Auseinandersetzung und so. Und dann hatte ich eben ein Mädchen, in das ich verliebt war. Liebe Grüße an Sinje. Und die sagte, ich werde später mal Neurologin und dann wirst du Psychiater und dann können wir, und da machen wir gemeinsam eine Praxis auf. Du als Psychiater und ich als Neurologin. Und ich war so, okay, ich bin dabei. Und dann hat sie mir auch noch ein Buch geschenkt, das habe ich auch bis heute noch, die psychiatrische Untersuchung. Mit 14? So mit 14, ja, ja. Wow. Ja, ja, so ein, so, sie wohnte in der Straße, wo die Charitébuchhandlung war, muss man sagen. Vieles ist so gekommen. Sie ist Neurologin geworden, ich bin Psychiater geworden. Und hier ist sie. Nein, nein, genau. Und wir sind, wir sind aber sogar, wir sind bis heute befreundet. Also wir sind gut miteinander, bloß eben nicht zusammen. Darf ich die sehr indiskrete Frage stellen, ob ihr euch wenigstens einmal geküsst habt? Haben wir nicht. Habt ihr nicht? Ja, also, nee. Aber du bist Psychiater geworden deswegen. Ja, ja, genau. Nee, ist alles, also das ist so, sie wusste das auch ganz lange nicht. Ich habe das irgendwann mal vor ein paar Jahren erzählt und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben und ich sage, sag mal, meinst du, ist du mich da? Und ich so, ja, ja, klar. Und dann hat sie gesagt, aha, okay, dann können wir mal beim Kaffee in Ruhe drüber reden. Oh. Ja, ja, nee, also entspannt. Also das war, aber sie muss das auch nicht wissen. Ich meine, ich war zwischen 14 und 17 in so viele Mädchen verliebt, dass ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, das denen allen zu sagen. Ich war ja trotzdem ein extrovertierter Stubenhocker. Also das haben die nicht alle mitbekommen. Meist nicht. Stell dir vor, was noch hätte aus dir werden können. Nach einer alten, ich meine, sie war sehr klar in ihrem Berufswunsch. Wer weiß, was da sonst noch so gewesen wäre mit all den anderen Personen, die so um dich herum geflogen sind. Ja, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich sehr viel, also freue mich und bin so, bin unheimlich dankbar, dass ich sehr, sehr viele Freunde habe, die ich seit langer, langer Zeit habe. Also die ich seit Jahrzehnten habe. Und insofern habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas weggerutscht ist, sondern ich habe das Gefühl, dass, also wenn ich so, wenn ich so überlege, wenn ich an meine Praxis denke oder so, ja, die ist dann eben, da hat eben, das Schild hat jemand gemacht, mit dem bin ich früher mal Bötchen gefahren, so auf der Havel. und das Design haben zwei Freundinnen von mir gemacht, die habe ich kennengelernt, mit 15, da sind die zum Konzert gefahren, das dann ausgefallen ist und da habe ich gesagt, dann können wir ja zu mir Pasta essen gehen und so haben wir uns kennengelernt. Und, und all das, also dafür bin ich einfach sehr dankbar und das macht mir sehr viel Spaß, so zu leben. Das, wenn ich, ich habe jetzt eine Drehbuchförderung eingereicht mit einem Freund, den kenne ich auch seit 25 Jahren, der hat zwischendurch einen Oscar gewonnen und bei uns hat sich aber trotzdem nicht viel verändert. Du bist auch in Prenzelberg geblieben, also du bist ursprünglich in Leipzig geboren, warst da aber sechs Monate, dann wäre da weg, Weißensee und dann Prenzelberg und da wohnst du auch noch immer. Also das heißt, du bist auch jemand, der, obwohl er sich im Kopf immer wieder woanders hin bewegt, doch sehr, 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 also die Stube musste dann doch meistens die gleiche bleiben. Ich bin tatsächlich für mich selbst überraschend ortsgebunden. Also ich habe eine Zeit in Boston gewohnt, ich habe eine Zeit in Stockholm gewohnt, ich habe auch ein paar Monate in Wien gewohnt, alle Städte, also die ich sehr, die ich sehr gerne wieder besuche und fand es dann aber immer wieder auch sehr schön, nach Hause zu kommen und also Folter ist für mich, wenn das Wasser abgestellt wird in der Wohnung und irgendwie drei Tage an der Wasserleitung gemacht wird und ich absolut stolpere in meiner Wohnung, weil die Abläufe alle nicht funktionieren, weil ich mir irgendwie da hinten, soll ich mir dann irgendwie Wasser holen und dann da drüben und der Wasserkocher funktioniert gerade nicht. Also ich bin ziemlich schwer erträglich, wenn das so bei mir zu Hause nicht funktioniert und deswegen ja, bin ich eigentlich, also mag ich das sehr, da zu wohnen, wo ich bin. Verstehe ich. Du bist ja aus der Schule raus, in dem Jahr, als die Mauer gefallen ist. Genau. Und ich finde das total spannend, diese Zeit, weil ich da gerade mehr drüber lese, deswegen jetzt mal einen, der auch. Zeitzeuge. Zeitzeuge. Ich bin jetzt so alt, ich bin Zeitzeuge. Aber diese 89 bis 90, ich habe das in dem Stern 111 gelesen, fantastisches Buch. Für wahr. Wo es darum ging, im Grunde, dass man hier in die Rieke-Straße reingehen konnte, einfach in ein Haus rein und sagen konnte, jetzt wohne ich einfach hier. Das war eine Zeit der Anarchie eigentlich. So habe ich auch meine erste Wohnung bekommen. Es gab so, dass wenn man drei leerstehende Wohnungen meldete, dann mussten die einem eine davon geben. Wirklich? Das heißt, ja, ja, das war einfach eine Verpflichtung, die für die kommunale Wohnungsverwaltung, so hieß die damals, da habe ich auch mal gearbeitet als Schüler. Und für die kommunale Wohnungsverwaltung war das eben gut, weil dadurch die Leute praktisch durch die Stadt liefen und diese leeren Wohnungen suchten. Das hatten ganz viele Leute eben auch gerade Berlin verlassen. Die hatten gar keinen Überblick, welche Wohnung leersteht. Die Mietzahlungen waren alle lächerlich, 20, 40 Mark. Also das war überhaupt nicht das Thema. Und insofern freuten die sich, dass sie dann eben Leerstandsmeldungen bekamen. Und so bekam ich meine erste Wohnung. Ich habe die eben leerstehend gemeldet. Die war wirklich so, wie also die Person war offensichtlich gerade, also hatte die Wohnung irgendwie Monate vorher einfach verlassen und stehen lassen, so wie sie war. Abgefahren. Ich stelle mir das wirklich verrückt vor, dass man sagt, okay, jetzt fällt die Mauer, ich kann jetzt reisen und man verlässt einfach alles. Also so steht es auch in diesem Buch drin. Alles bleibt so. Die Leute sind einfach aus der Wohnung raus und sind dann weggefahren. Und das waren eben unheimlich viele Leute, die noch vor dem Fall der Mauer, der ja bis sicherlich August 89 nicht abzusehen war, die einfach abgehauen sind. Also die über Ungarn oder über die sonstigen Wege abgehauen sind und die einfach alles zurückgelassen haben. Genau, die Person, die bei mir in der Wohnung wohnte, damals in der Dimitrovstraße, hat sich dann aber auch in den Jahren danach nicht gemeldet. Wie hast du dieses Jahr erlebt? Also gerade vor einer Schule fertig und dann geht es so ab in dieser Stadt? Also ich bin im September 89 in die 12. Klasse gekommen. Also das war das letzte Jahr und ich bin reingekommen in die 12. Klasse und dachte, in einem Jahr muss ich zur Nationalen Volksarmee und bin rausgekommen aus der Klasse und bin dann nach Amerika gefahren für ein Jahr. Also insofern war das sehr, sehr, sehr unwirklich. Es war so, also man fiel so, also ich fiel so durch dieses Jahr, so jeden Tag war was anderes, jeden Tag war. Also es war aber dann auch, es war auch total schön und so spannend. Und man konnte, und all die Sachen, die man sich vorher so ausgedacht hatte, die man mal machen müsste, die machte ich dann plötzlich. Dann war irgendwie ABC, stand dann bei mir vor der Schule. Nein, der amerikanische Fernseher, die American Broadcasting Company, hatte dann irgendwie so ein Studio aufgebaut, so ziemlich in der Nähe von unserer Schule und interviewten mich dann im Frühstücksfernsehen. Und der Dichter Uwe Kolbe war dann so, ey, ich sitze in Texas, der hatte irgendwie so, der war auch abgehauen, hatte so ein Stipendium bekommen. Und ich sitze in Texas und gucke Frühstücksfernsehen und da ist Jakob fucking Heiden im Frühstücksfernsehen und erzählt irgendwas, wie er das so sieht, wie jetzt die nächsten Jahre der Wende wohl gehen werden. Da waren lustige Demonstrationen. Man konnte zu Bands, die man dachte, vielleicht sehe ich die irgendwann mal, wenn ich als Rentner in den Westen fahren darf. Die Bands kamen plötzlich alle an. Man ging in die Deutschlandhalle, da hat Grace Jones auf der Bühne Sex gehabt, mehr oder weniger. Also es war alles zu viel und alles so unfassbar laut. Also das war jetzt mental laut. Das war schon ein sehr aufregendes Jahr. Und hast du das genossen? Ja, ich denke schon. Also ich denke, ich habe mir nicht die Zeit genommen, stehen zu bleiben und an den Blumen zu duften. Also dafür war es zu schnell. Aber es war eben so, also es wäre mir frivol vorgekommen, eine Atempause zu nehmen, weil es war ja schon wieder das neue interessante Ding da drüben. Und das ging auch sogar ein bisschen länger. Also ich weiß noch, dass einer von meinen Kommilitonen, also ich bin dann nach Amerika gefahren, bin wieder zurückgekommen. Und einer von unseren Kommilitonen, also ich habe dann 92 angefangen, Medizin, 91 angefangen, Medizin zu studieren, an der Charité. Da musste ich mich auch einklagen, weil meine Zusage war noch aus dem Osten. Und dann hieß es, naja, die gilt jetzt nicht mehr im Westen. Und dann habe ich gesagt, doch, das sehe ich doch so. Und dann hat das Gericht gesagt, könnt ihr den nehmen? Und dann war ich einer aus so einer Gruppe von Leuten, die sich dann eingeklagt hatten. Damit macht man sich ja auch nicht beliebter. Aber es war nicht so, mein Vater hat viel Geld, klagt mich ein, sondern es war so, ich hatte die Zusage, ich möchte bitte kommen. Und dann einer von meinen Kommilitonen eröffnete eine Galerie in der Ackerstraße, glaube ich. Und es war so, Gott, völlig gaga. Also Klaus macht jetzt eine Galerie, ja. Und der ist dann später direkt von MoMA geworden. Klaus Biesenbach. Ja, ja. Wow. Ja, klar. Der hat ja mit uns studiert. Und es war so, der hat sie doch nicht mehr alle eine Galerie. Der muss sich doch jetzt hier aufs Physikum konzentrieren. Und ihm war das aber eben so wichtig. Und das war irgendwie auch das Normale, dass Leute tausend Sachen machten nebenbei. Und, und das ist, das, ja, es gab ja sehr wenig Restriktionen von außen. Also der Staat war ja völlig verunsichert. Man, also die, die Volkspolizei wusste ja, dass sie, dass sie sozusagen ein Ablaufdatum hat. Und deswegen waren die jetzt, die probierten so eine Art Grundordnung herzustellen, wenn es irgendwie mal notwendig war. Aber die waren jetzt keine Polizei mit Macht eigentlich, sondern das war halt so, das lief so durch. Und das war natürlich nach dieser, ja doch, ich behaupte ja, die DDR sei eine Theokratie gewesen. Also nach dieser quasi religiösen Diktatur, die wir, die, unter der man da lebte, war das schon natürlich, war das, also man, man, man machte das einfach jeden Tag, wozu man Lust hatte, weil man weiß auch, dass das nicht in jedem menschlichen Leben so ist, dass es irgendwo auch vorbei sein kann. Nicht nur mit dem Tod. Habt ihr aber auch daran gedacht, also dass diese Zeit, diese verrückte Galerie-Zeit und Grace-Jones-Zeit, das hast du damals auch gemerkt, oh, das wird jetzt nicht ewig so gehen? Also hast du so ein Ablaufdatum schon gesehen? Nein. 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 Ich dachte, das macht doch so viel Spaß und das ist total cool und warum, warum soll man das ändern? Warum soll man sich der BRD anschließen? Also, also habt ihr euch das mal angeguckt, wie, keine Ahnung, wie Delmenhorst aussieht? Warum? Das macht doch, also wir, wir haben es doch hier viel bunter und interessanter. Wenn ich mir heute so die Bilder angucke aus der Zeit, also wenn, wenn eben so Menschen über Hausprojekte reden, also über, über auch Hausbesetzung oder eben kommunale, kommunale Mietideen und so, dann denke ich immer, ey, ganz ehrlich, eine Straße weiter, als diese Kamera jetzt steht, steht jemand, der hat einfach einen Koffer, wo 100.000 D-Mark drin sind und, und wenn der zu dir rüberkommt gleich, dann wirst du für diesen Koffer einfach absolut alles machen und das war so dieses, diese, diese Macht von, von Geld und auch, auch sehr viel Geld, was man dann plötzlich hatte, die war mir nicht bewusst, aber weil ich auch wirklich als ehemaliger Schüler nie Geld hatte, also, also das, dadurch hatte ich ja gar keine Vorstellung, wie echtes Geld funktioniert, wir hatten ja in der DDR eigentlich auch nur so, so eine Art Monopoly Geld, also man, man bezahlte keine Miete, Brot und Brötchen waren billig, also Lebensmittel waren allgemein sehr billig, man bekam die auch, aber zum Beispiel jetzt so, dass man heute mit viel Geld auch Macht hat, das war ja überhaupt nicht so und, und dadurch hatte man, glaube ich, keine Vorstellung von echtem Geld und, und seiner großen Macht. Inwiefern hat das deine Eltern verunsichert, die beide Künstler in der DDR waren, dein Vater Schriftsteller, deine Mutter Regisseurin, wenn das dann so plötzlich passiert, ist ja auch eine Identität, eine Frage des, wie schreibst du, wie, was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, sowas ändert sich ja dann auch plötzlich? Ja, also da hatte ich seltenes Glück mit meinem Elternhaus, weil meine Eltern sich einfach überhaupt nicht verändert haben durch die Wende, also, oder, also, also in ihrer Grundhaltung, also, mein Vater schrieb immer die Bücher, die er gerne schreiben wollte und hat dann eben in der DDR den Ärger kassiert, den man dafür eben bekam und meine Mutter machte die Filme, die sie gerne machen wollte und hatte eher das Problem, dass sie nach der Wende eben Schwierigkeiten hatte, Finanzierung für ihre Dokumentarfilme zu bekommen, weil das eben völlig anders lief im Westen und die Idee, dass der Westen das Ostsystem fortführt, die wäre niemandem gekommen, also, die sind gekommen zum Studio von meiner Mutter, das DEFA-Studio für Dokumentarfilme in der Otto-Nuschke-Straße mitten in Mitte, also da, und die sind da eben hingekommen, meine Mutter war im Betriebsrat, also ganz neu gegründet, Betriebsrat und so und dann sagten die, ja, was ist denn das hier und dann hat sie ihm erklärt, ja, hier sind die Labore, wo die Filme entwickelt werden, hier ist der Fuhrpark, hier sind die Schneidetische, hier sind die Produktionsbüros und so und dann haben die eben von der Treuern haben dann gesagt, also, 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 das ist ihnen klar, das ist jetzt hier, also, was gibt es alles nächste Woche nicht mehr, nur, also, also, es ist so, also, wow, sowas kennen wir nicht und das war, das war so das Todesurteil, es war so, wenn es sowas nicht gibt im Westen, dann wird es das bald nicht mehr geben. Heute denkt man, also, hätte man DokumentarfilmerInnen auch aus dem Westen gefragt oder auch aus der ganzen Welt, wie, was haltet ihr denn von der Idee von einem Studio für Dokumentarfilme, dann hätten die alle einen Orgasmus bekommen, aber die Idee war gar nicht da, ne, also, es war so, das wird sofort geschlossen, ohne, ohne Wenn und Aber und, also, das war eher so, ansonsten waren meine Eltern ja nicht in der Nomenklatura so stark verstrickt, die hatten keine irgendwelchen sweeten SEDs, SED-Deals oder irgendwelchen dunklen Gelder oder, oder so Urlaube, Zuwendungen bekommen, sodass sie da, sodass das bei uns zu Hause sehr ruhig weiterging. Mein Bruder ist Mathematiker, mit ganzem Herzen und insofern gab es diesen politischen Bruch nicht, also das, ich stelle mir das ganz furchtbar vor, also, in meiner Mittelschule, also von der vierten, dritten, dritten bis zur neunten Klasse war ich in einer, also war ich in einer Schule, wo die Hälfte der Klassenkameraden aus Hohenschönhausen kamen und da waren die meisten Eltern angestellt beim Ministerium für Staatssicherheit und da denke ich, dass es in den Familien viel mehr gescheppert hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch wenn das danach alles so rauskommt, was deine Eltern so gemacht haben und so, das stelle ich mir hart vor. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, die meisten werden Akten sortiert haben, also ich glaube nicht, also ich meine, es gab ja, also es gab ja bestimmte Exzesse der Staatssicherheit, gab es ja zum Glück nicht. Das war ein furchtbares Unfreies, also ich bin der Letzte, der was Positives über die Stasi sagen möchte, aber jedenfalls, der Bruch, du bist sozusagen, du bist wer, du hast einen ordentlichen Job und du hast eine vernünftige Wohnung und du fährst von mir aus eben mit deiner Familie in Urlaub und alle behandeln dich mit Respekt und bei der Elternversammlung sagst du, also entschuldigen Sie, ich bin beim MFS, das stelle ich mir ja anders vor und dann sagt die Lehrerin, oh, okay, warten Sie mal, da müssen wir nochmal überlegen und plötzlich bist du so der allerletzte Rotz, so plötzlich bist du so, du darfst hier gar nichts sagen und wenn du sozusagen, also du darfst nicht mal im Senat von Berlin die Toiletten putzen, das sehen wir nicht so, weil du warst bei der Stasi früher und ich glaube, der Bruch ist viel härter, wenn deine Eltern sozusagen so mächtige, gute Personen sind, so, also gut will ich, aber so mit Einschränkung und plötzlich sind sie so selber die Verunsichersten und ich habe sowas probiert in dem Buch Kaltes Wasser so zu verarbeiten, wo die Eltern so totale Nomenklatura sind und dann plötzlich verunsicherter sind als der Held, der eigentlich recht frohgemut da durch diese Wände geht, während die Eltern eben so denken, hoffentlich, hoffentlich, was machen wir nur und plötzlich eine Realität, über die man in meinem Westen sprach, im Westen sind die Menschen arbeitslos, betraf plötzlich Massen in Ostdeutschland, viel schwerer. Du kennst ja, hast du erst erzählt, ein paar, einige Menschen auch aus dieser damaligen Zeit, wenn ihr euch trefft oder von hier aus auch guckend, was würdest du sagen, inwiefern hat euch diese Zeit geprägt, also dieses dazwischen aufwachsen, die erste Generation dann zu sein, die erste jugendliche Generation, zu sein? Ich glaube, das hat uns alle auf eine, also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen und auch viele Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe in den letzten Jahrzehnten, also ich glaube, dass eine solche Prägung, die bleibt für immer. Dieser Systemwechsel, auch dass man eben so sieht, wie Menschen das System wechseln, auch dass man so gesehen hat, wer bleibt oben, also jetzt so der absolute, also die absolute Unperson, Alexander Schalk-Golotkowski, der wirklich, der wirklich sich fies verhalten hat und der überhaupt keine juristischen Konsequenzen in Kauf nehmen musste, während Annetta Kahane, die eben aus der Stasi ausgetreten ist, als die Wende noch von brillantesten Seher nicht zu sehen war und die dann aber als Stasi-Frau denunziert wurde, diese Wechsel und also die Kontinuitäten und auch die Wechsel, die haben uns natürlich sehr geprägt und dann in den kommenden Jahrzehnten dann dieses wahrgenommen werden als der, als jemand aus dem anderen Deutschland, als jemand, der, ach so, ah ja, also so, so ein, so ein, so ein, fast wie ein Mensch eigentlich, sie sind, sie haben so, also wenn man sie so anguckt, toll, also sie, das können sie alles tragen, das ist toll, sie ziehen sich an, als ob sie das so gelernt haben, also so ein, so ein herablassender Blick, den man dann auch erst später reflektiert hat, also ich gehöre auf jeden Fall zu den Ostlern, die wirklich immer dachten, wir sind im Osten, der letzte Scheiß, also wir hatten mal eine Band, die Neurotics, das war so eine ziemlich geile Punkband aus, ich weiß gar nicht wo, in England und die kamen zu uns und, und, und dann haben wir hinterher mit denen noch Backstage gesessen und ein bisschen was getrunken und so und, und, und wir waren alle überzeugt, die sind nur aus Mitleid da und die haben gesagt, ey, das ist so geil, wir kommen hierher, wir spielen vor 5000 Leuten, alle gehen beim ersten Lied ab und haben Bock bis zum Ende und wir kriegen ein schönes Hotel und irgendwie können uns von dem Geld, also wir finden es richtig toll hier und wir dachten immer auch, ne, dass die das sagen, obwohl sie uns scheiße finden. Ja. Es gab so eine, es gab eine Breakdance-Truppe, die, die nannte sich, oh Gott, wie hießen die? Ich glaube, die hießen Electric Beat Crew und die haben, ähm, Breakdance gemacht. Ne, die Electric Beat Crew waren die Leute in New York. Breakdanceer in der DDR. Die Breakdanceer, ja, aber es ist ja, ist so der Punkt und die sind dann, nach der Wende, sind die zur Electric Beat Crew gefahren und haben das gezeigt, was die gemacht haben und die Electric Beat Crew war so, das ist ja krass, was ihr drauf habt, ihr seid richtig krass und dann waren die so, ihr sagt das aus Mitleid, oder? Und die sind, ne, ne, ihr seid absolut die krassesten und das war so, so lustig, die haben jahrelang, ähm, Breakdance gemacht und geprobt und es gab einen Film, der hieß Beat Street und es gab einen Film, in dem auch die Electric Beat Crew Leute da performt haben und so und aus dem haben die sich alles hergeleitet und alles weiterentwickelt und die immer so Fernsehschnipsel, wenn, wenn mal irgendwie bei, äh, wenn Thomas Gottschalk mal beinahe sowas irgendwie für 15 Sekunden Breakdanceer gezeigt hat, dann wurden die Moves auch alle abgeschrieben. Man hatte ja nicht mal eine fucking Videorekorde und dann kommen die nach New York und die, und die Electric Beat Crew sagt so, wirklich Respekt, ihr seid total krass, ja, und das, ähm, das beschreibt so eine, so eine Osterfahrung und so gehen wir eben rein dann in den Westen und ins Vereinigte Deutschland und irgendwie, ähm, haben wir aber dann irgendwann auch vergessen, so diese Jacke auszuziehen und zu sagen, so, okay, wir haben das ja zehn Jahre gemacht, aber eigentlich, ähm, wollen wir jetzt hier, äh, gemeinsam am Tisch sitzen und nicht mehr so, also da hinten am Katzentisch war super, wir haben auch richtig lecker Haribo bekommen, aber wir wollen jetzt hier gemeinsam sitzen und essen, wir sind jetzt eigentlich, ähm, wir verstehen jetzt, wie das Spiel so geht. Also du als Psychiater, was, was macht zu viel oder das Gefühl von Mitleid, was macht das mit Menschen? Also eines ist ja was Schönes. Ich kenne, ich kenne so einen, äh, Rollstuhlaktivisten, äh, der, der hat eben, der hat eben gesagt, ich will kein Mitleid, ich will Sex im Stehen. Das fand ich sehr lustig, also, und mein Steuerberater hat immer gesagt, Neid muss man sich schwer erarbeiten, Mitleid bekommt man für umsonst. Ähm, ist kein, also ist nicht, also Mitleid ist ein, ist ein Gefühl mit einer kurzen Halbwertszeit. Also, 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 beim Empfänger hat das eine kurze Halbwertszeit. In dieser kurzen Halbwertszeit ist es ganz toll. Äh, das gilt übrigens auch für Selbstmitleid. Ja. Ich sage auch immer meinen Patientinnen, wenn die ganz starken Flash von Selbstmitleid haben, dass ich sage, triff dich mit deinem Selbstmitleid, verabrede dich mit ihm, mach einen richtigen Termin mit dem, lass dir eine Badewanne ein, mach dein Lieblings Badeschaum rein, ähm, macht dir das Licht im Bad aus, mach dir vielleicht ein Teelicht an oder so. Und, ähm, dann bade richtig in deinem Selbstmitleid. Zieh es dir richtig rein, mach dir Stichpunkte, falls du irgendwas vergessen hast, oder mach so eine Stunde mit deinem Selbstmitleid. So richtig so, so richtig geh rein. So, mach das so. Und dann lässt du das Wasser ab, dann trocknest du dich ab, und dann ist das Date vorbei. Kannst dich nächste Woche wieder mit ihm treffen, gleiche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Aber bis dahin, lass es mal einfach mit dem Badewasser ablaufen. Mitleid hat immer eine kurze, es sollte immer eine kurze Halbwertszeit beim Empfänger haben. Verstehe. Sehr, sehr gut. Warum kommen Menschen in deine Praxis, die du jetzt seit 2011 hast? Du warst vor einer Charité, hast du gerade schon so ein bisschen erzählt. Ähm, dann bist du da weg, aus diversen Gründen, sich selbstständig gemacht. Und, warum kommen jetzt Menschen zu dir? Ich wünsche, ich könnte das sagen. Naja, ja, also die, ähm, ähm, also, erstens gibt es sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die Hilfe suchen. Also die, dass die Nachfrage ist, ist riesig und das Angebot ist zu klein. Das ist ganz eindeutig so. Also wir haben pro Monat 50 Menschen, die kommen wollen und wir können maximal drei bis fünf Leute aufnehmen. Sind aber hauptsächlich Kinder und Jugendliche bei dir? Ja, sagen wir mal 60, 40. Aber hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Erwachsene kann ich persönlich ja nur, ähm, auf privatärztlicher Basis sehen. Meine Kolleginnen sehen nur Kinder und Jugendliche. Also insofern ist der Großteil in der Praxis sind Kinder und Jugendliche. Und die kommen halt wegen Lebensbrüchen, würde ich sagen, die meisten. Also denn der, der erste Lebensbruch ist, also der große Lebensbruch ist die Einschulung. Also die, man kommt in die Schule und das ist halt das große Muss, was plötzlich ins Leben tritt und mit dem man dann mehr oder weniger umgehen kann. Und der zweite große Lebensbruch ist die Pubertät. Also man hat so eine M-Verteilung, ähm, die, die ganz typisch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch wahrscheinlich seit Jahrhunderten ist, auf jeden Fall seit, seit 50 Jahren ist das so, sind das die typischen, äh, Häufungspunkte, wo Menschen kommen. Also Pubertät, Beginn der Pubertät und Beginn der Schule. Ich fand Schule jetzt auch nicht so doll äh, und Pubertät auf jeden Fall auch nicht. Ähm, Was sind dann Gründe, wo man sagt, ja okay, jetzt, jetzt wird's Zeit zu Herrn Heimann zu gehen? Ich kann sagen, dass kein Patient, oder es würde statistisch kein Patient und keine Patientin kommt zu früh. Also ich hab nicht den Eindruck, dass Leute Lust haben, irgendwie bei uns Zeit zu verbringen. Ähm, das sind, das sind eben unterschiedliche, individuelle Gründe. Ähm, Kinder, die keine Lust mehr haben, äh, zur Schule zu gehen, aber auch Kinder, die keine Lust mehr haben, zu leben. Ähm, Teenager, die, ähm, überhaupt nicht mehr, ähm, mit ihrer häuslichen Situation zu Rande kommen, also wo es eigentlich nur noch Streit gibt und das eigentlich, ähm, ähm, alle Beteiligten das Leben, ähm, als einzigen, als einzige Quelle von Stress empfinden. Ähm, ähm, Gewalt auch, die eine Rolle spielt, äh, immer wieder, ähm, also dass eben so, dass es eben so eskaliert, dass eben Kinder oder Eltern Gewalt ausüben gegen den anderen. Ganz häufig heute eben auch starke Konzentrationsschwierigkeiten, das wird heute eher gesehen, also dass man eben sieht, okay, die Person ist nicht dumm, sondern die Person, ähm, kann eindeutig sehr gut lernen, aber ist offensichtlich, ähm, abgelenkt ständig im Unterricht. Also das ist so eine, heute so ein entspannterer Weg, also das, da ist man nicht mehr der große Diagnostiker, der, der, der da irgendwie eine seltene Diagnose stellt, sondern das, das ahnen die Eltern, und das ist es dann auch. Ja, und, und relativ viel auch in den letzten Jahren eben Transidentität, also dass eben Menschen kommen, die transident sind, und die dann eben, ähm, ähm, praktisch, ähm, als eine Art Auflage, ähm, ja, doch auch mit einem Psychotherapeuten, äh, oder einer Psychotherapeuten sprechen sollen müssen, damit wir dann, bescheinigen können, dass das eben nicht Ausdruck einer anderen psychischen Krankheit ist, und dass diese Transidentitäten, ähm, reflektierter, ähm, äh, ernsthafter Wunsch der Person ist, und dass es nicht Ausdruck von einer Krise ist, oder so. Das ist sozusagen von dir dann eine Art, oder von euch eine Art Beurteilung, das ist jetzt keine Krise, das ist echt, ähm, das ist, äh, also die, wie so eine Art Gutachten dann? Genau. Ja. Bei, im Rahmen von Maßnahmen wie, ähm, hormonelle Anpassung oder dann eben insbesondere auch operative Anpassung fordern immer wieder, vor allem den Kostenträger, dass ein Gutachten vorgelegt wird. Und, ähm, damit man eben so eine Äußerung machen kann, ähm, finde ich, muss man, muss man mit den Personen sich ja regelmäßiger treffen. Und, und das, das tue ich dann auch. Konzentrationsschwäche hast du angesprochen, oder auch, ne, sowas wie, die Schule müssen, oder jetzt in der Pubertät sein. Ab wann ist, würde man von einer Störung sprechen? Also spricht man überhaupt von Störung? Ist das ein richtiges Wort überhaupt? Ja, man spricht von Störung, genau. Das ist genau das richtige Wort. Ähm, ich bin sehr vorsichtig mit dem Krankheitsbegriff, weil Krankheiten ja nur ein Teil von Störungen sind. Kannst du das erklären? Ja, die Störung ist etwas, das ist gestört. So, und jetzt hast du die, jetzt hast du vier Gruppen von Störungen. Das eine, es sind eben Krankheiten, die kennt man gut. Da gibt es immer eine Äthiologie, also eine Ursache, wo das, wo das herkommt. Man kann da bis auf zellulärer Ebene, kann man das verfolgen. Klassisch ist eben da so das Bakterium. Dann gibt es eine, ein Syndrom, eine Gruppe von Syndromen, die dadurch entsteht, wenn diese Äthiologie vorliegt, gibt es dieses Syndrom. Wenn die Äthiologie nicht vorliegt, dann gibt es auch das Syndrom nicht, ja. Also so, so ist da die Kopplung. Und als Behandlung gibt es die Therapie. Das heißt, man probiert tatsächlich am besten, die Äthiologie zu bekämpfen und alles verschwindet. Also eben, man hat eine bakterielle Infektion. Man hat die typischen Zeichen einer bakteriellen Infektion. Man nimmt das passende Antibiotikum und die Infektion ist vorbei. Das ist das eine. Das haben wir auch. In der Psychiatrie ist aber eben nur ein Teil. Also das klassische Beispiel dafür wäre aus meiner Sicht die Schizophrenie, wo man auch bis auf zellulärer Ebene ungefähr weiß, welche Abnormalitäten da vorliegen. Dann hat man sehr häufig dimensionale Störungen. Das heißt, man weiß, dass alle menschlichen Eigenschaften sich entlang von Glockenkurven verteilen, wenn man sie nur misst. Also die Länge des kleinen Fingers, Höhe des Kalziumspiegels im Blut, all diese Sachen verteilen sich entlang von Glockenkurven, Körperlänge. Und wenn man aber außerhalb dieser Glockenkurve beziehungsweise an deren Rändern sich befindet, das hat nichts mit Zutun zu tun. Man ist nicht klein, weil man eben sich dafür entschieden hat oder man kommt nicht zum Beispiel sehr, sehr früh in die Pubertät, weil man sich das überlegt hat. Oder man ist nicht sehr unaufmerksam, weil man sich dafür entschieden hat, sondern das ist eben so. Und da geht es dann darum, diese dimensionale Position zu verstehen und Anpassungen zu betreiben. Also entweder kann man die Person individuell besser anpassen an seine Situation, an ihre Situation oder kann man eben die Situation anpassen. Also zum Beispiel eine einfachere Schule wäre jetzt, oder wenn man eben jetzt eine Person mit einer geistigen Beeinträchtigung ist, dann wäre das besser, wenn man an einer Schule lernt, wo Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen besser geholfen werden kann. Und das ist die zweite Gruppe, so dimensionale Störungen. Das kann man dann schon sagen. Man darf ja sowieso alles, aber das kann man eben sagen. Dann haben wir so Störungen des Verhaltens. Dass es immer so ein Verhalten besteht, immer sage ich immer Prä-Verhalten-Post. Und das Post beeinflusst auch das Prä. Also wenn ich Hunger habe, gehe in ein Restaurant, das Restaurant ist super, dann gehe ich beim nächsten Hunger gerne da wieder hin. Und diese Kette kann gestört sein. Das kann gestört sein mit dem Pro, also was ich auch will. Also ich habe Lust, etwas zu tun. Also ich habe Lust, nackt durch die Stadt zu laufen. Das ist jetzt schon mal ein ungewöhnliches Verhalten. Es kann gestört sein im Verhalten. Also was für ein Verhalten zeige ich? Und es kann eben auch in dem Post, also wie empfinde ich das, was passiert ist? Das ist das, was man dann Verhaltensstörungen nennt? Das würde ich Verhaltensstörungen nennen. Und das ist dann, da gibt es eben die bekannteste oder eine sehr bekannteste S-Störung. Letztendlich ist es auch eine Angststörung, eine Verhaltensstörung. Und es geht eben darum, das sozusagen gerade zu rücken. Und dann gibt es noch diese ganz individuelle Ebene, die man nur von Mensch zu Mensch verstehen kann. Ich habe immer wieder Ärger auf meiner Arbeit. Ich habe immer wieder dieselben Konflikte, wenn ich in einem Team arbeite. Oder Partnerschaften immer wieder. Partnerschaft wäre das ganz Klassische auch, genau. Immer wieder komme ich mit der falschen Frau zusammen. Es ist jetzt schon das vierte Mal. Ich kann halt sehen aus. Und das kann man eben nur auf einer individuellen Ebene verstehen. Und das ist eben so von Mensch zu Mensch. Und insofern diese vier Gruppen von Störungen untersuchen wir. Und deswegen benutze ich gerne den Störungsbegriff, weil er das alles umfasst. Und wir behandeln eben immer Störungen, aber nicht immer Krankheiten. Soweit ich das beurteilen kann, also mich selbst erinnernd oder auch unseren Sohn und auch andere Kinder, will man ja eigentlich, bis zumindest zur Pubertät meine ich, normal sein. Man möchte eigentlich als Kind nicht unbedingt herausstechen. So zumindest eine Behauptung jetzt. Und wenn ein Kind dann aber bei dir landet, wie nimmst du dieses Ich-bin-nicht-normal sowohl für das Kind als auch für die Eltern? Genau, es ist ein Begriff, den Psychiater und Psychiaterinnen versuchen zu vermeiden, wie der Teufel des Weihwassers. Normal, damit kann ich nichts anfangen, weil das Normal ist in Ordnung. Aber das Problem ist, dass es dann eben auch anderes gibt. Also dass man eben sagt, es gibt eben nicht normal. Und das halte ich für extrem und falsch. Also das finde ich. Also wir probieren eben durch die Praxis, probieren wir zu vermitteln. Also wir haben eine freundliche, helle Praxis. Da ist jeder willkommen. Wir begrüßen uns freundlich. Niemand von uns, weil wir selten Blut abnehmen oder ähnliche Prozeduren machen, trägt niemand von uns einen Kittel. Ist das dein Praxis-Outfit? Nein, nein, ich bin hier natürlich viel besser angezogen als in der Praxis. Aber ich finde es auch, ich mag auch dieses randschmeißerischen Outfits nicht. Dass man sich so einen bunten Pullover mit einem Clown und einem Kugelschreiber mit einem Puschel, das ist mir dann auch zu viel. Das kenne ich auch von Kollegen und dachte immer, too much. Also jedenfalls, wir probieren freundlich zu sein. Es ist hell und Licht und es ist zum Glück so, dass wir eher das Problem haben, um unsere PatientInnen loszuwerden. Also dass sie dann sagen, ja, es ist schon okay. Ich sehe schon ein, dass meine Behandlung langsam zu Ende ist. Aber noch einmal würde ich gern kommen. Und ich hatte auch einmal, oder wir haben das eigentlich alle immer wieder, eine Patientin, die sagte, ja, das war ganz gut und so. Dann war ich da ja nicht mehr bei Ihnen und so. Und dann ist mir ja, was passiert in der Woche? Und da dachte ich, das bespreche ich mit Herrn Hain. Und dann dachte ich, ist ja schon vorbei. Also eine therapeutische Begleitung ist ja nebenwirkungsfrei in aller Regel und kann ja was sehr Angenehmes sein und was sehr Ich-Stärkendes sein. Und gerade im Kindes- und Jugendalter ist das eben auch so, dass wir ja wirklich, wenn wir Glück haben, Werkzeuge erarbeiten, die uns dann ein Leben lang begleiten und auch durch Krisen begleiten können. Also dass wir verstehen, okay, also jetzt zum Beispiel habe ich wieder so einen ganz starken Selbstmitleids-Flash. Ich mache das mal so, wie ich das damals gemacht habe. Ich lasse mir ein Bad ein und mache so ein richtig schönes Statement mit meinem Selbstmitleid. So hatte ich das damals gemacht. Das hat mir eigentlich ein bisschen geholfen. Also das heißt, dieses Normale, in Anführungsstrichen das Wort, versucht ihr und du und dein Team wegzuschieben, indem ihr einfach eine Umgebung kreiert, die möglichst normal wieder in Anführungsstrichen ist. Also damit man gar nicht erst denkt, das ist jetzt irgendwie was Komisches. Also bei mir, ich bin so aufgewachsen, dass im 79er-Jahrgang, da ist alles, was mit Psychotherapie zu tun hat, ist Klapse, ist Gummizelle und Heiderei. Aber du kommst aus dem Westen auch, oder? Nee, aus dem Osten. Okay, wow. Weil eigentlich, also Klapse ist ja so eine Angst, die vor allen Dingen Leute aus dem Westen haben, weil die Psychiatrie dort viel schlechter war. Tatsächlich war die Psychiatrie in der DDR moderner. Und ja, aber es stimmt schon, es gab bis tief in die 90er Jahre eine große Sorge vor Stigmatisierung der Psychiatrie. Genau, aber wie gesagt, also ihr versucht diesen Begriff normal, nehme ich jetzt nochmal, wegzunehmen, indem ihr so das alltäglich wie möglich gestaltet da vor Ort. Genau, der Begriff des Nicht-Normal ist halt sehr dysfunktional. Also weil man sagt eben, etwas ist nicht normal und damit ist es eben sehr dysfunktional. Also das ist sehr dysfunktional, es ist überhaupt nicht lösungsorientiert. Also es gab einen Psychiater, der sammelt ja auch immer so Diagnosen, der schrieb immer Diagnose und Diagnose und in dem war wirklich völlig egal, wie die Therapie gehen sollte. Und wo dann eben, ich kannte einen seiner Schüler, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich glaube, weil das eben viel Ärger machen würde. Aber der sagte dann, das war so furchtbar, das war wie mit einem Schmetterlingssammler zusammenzuarbeiten. Der war immer so, ach guck mal, was der für eine interessante Psychose hat. Und der hat dann so eine ganz komische Art zu sprechen und den interessierte nur sozusagen, die Defizite zu notieren. Und wir wollen ja unsere Patientinnen und Patienten und auch die Eltern wollen das so stark, wir wollen denen ja vermitteln, also wir suchen ja Lösungen. Wie kriegen wir das hin, dass diese Personen dann in der Gesellschaft funktionieren? Wir können uns ja auch gar nicht leisten, irgendjemanden zu verlieren, sage ich jetzt mal. Wir müssen hier gucken gemeinsam, wie kann es gehen? Und da sind wir immer am Suchen, egal wie schwer es ist. Inwiefern kann durch eine frühere Therapie verhindert werden, dass sich ein Trauma einem Menschen festsetzt? Also genau wissen wir das nicht. Ich sage immer, es gibt keine psychiatrische Sonnencreme. Also manchmal kommen irgendwie so Eltern und sagen, Mensch, so und so, ich habe hier Sorgen, dass es jetzt gerade was Schlimmes passiert und das Kind ist aber ganz entspannt und ganz unauffällig und hat überhaupt keine Probleme mit der Situation. Dann sage ich immer, ja, ich habe jetzt nichts. Ich kann jetzt nicht so einen, also Psychofaktor 44 darauf schmieren und dann passiert nichts. Wir wissen sehr gut durch zahlreiche Studien, dass Psychotherapie sehr effektiv ist und dass eben auch eine gegebenenfalls Kombination von Psychotherapie und Medikamententherapie sehr gut funktioniert. Also jetzt so diese konkrete Frage, wie kann das verhindern, dass Traumatik... Kann das überhaupt verhindern, oder? Auf jeden Fall. Also wir können auf jeden Fall Menschen helfen mit Traumatisierung umzugehen. Ja, da gibt es meiner Meinung nach keine Frage mehr. Das ist wissenschaftlich eigentlich geklärt. Natürlich gelingt es in dem individuellen Fall mal nicht oder weniger, aber na klar können wir das. Und könntest du mir, naja, du hast erst gesagt, zu früh kommt eigentlich niemand zu euch. Eigentlich nicht. Gibt es irgendwie eine Art, also als Eltern, wo man sagt, so jetzt, das ist jetzt, jetzt wird es Zeit, wir müssen da wirklich mal mit jemandem sprechen, wie mit Dr. Hain oder seinem Team. Das ist, ich weiß, es ist schwierig so pauschal zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich nicht aktiv PatientInnen suche. Nein, nein, das ist mir klar. Nur, dass man das Gefühl weiß, okay, mein Kind sitzt vor mir, will nicht in die Schule. Ab wann ist das problematisch und hat nicht mehr, keine Ahnung, die Lehrerin ist doof oder Schule ist sowieso doof, wo man früh aufsteht und so weiter und so fort? Bisher ist es noch so, dass Psychiatrie noch so stigmatisiert ist, danke Stigma, dass das oft so ist, der Moment, wo man an den Kinder und die Kinder und Jugendpsychiaterin denkt, dass das oft der Moment ist, wo man vielleicht sich mal um einen Termin bemühen sollte. Also es sind so Sachen, wenn das Kind wirklich nicht mehr in die Schule gehen will, über Wochen, wenn Gewalt plötzlich anfängt, eine Rolle zu spielen, Gewalt gegen sich selbst, Gewalt gegen andere, wenn die Eltern auch keine andere Idee mehr haben, als Sachen gewaltvoll durchzusetzen. Das kann ja auch verbale Gewalt sein. Ja, also oft ist es so, wenn die Eltern anfangen, darüber nachzudenken, dass es dann eigentlich ein guter Punkt wäre, den ersten Anruf zu machen, weil man wartet ja auch so lange auf einen Termin und so. Also das ist eben sehr individuell und ich habe ganz selten mal eine Situation, wo ich eben sage, oh, warum sind sie hier? Aber dann kann man sich ja auch beraten und dann sagt man, wir sehen uns vielleicht später, wenn das mal nicht gut geht oder so. Verstehe. Und Psychiatrie heißt ja auch nicht, das ist immer so wichtig, Psychiatrie heißt eben nicht, du hattest eben das berühmte Bild, das schreckliche Wort der Klapse bemüht. Psychiatrie heißt eben nicht, du kommst zu mir und dann unterschreibst du mit deinem Blut, dass du jetzt jede Woche drei Stunden bei uns verbringen musst. Ganz im Gegenteil. Also Psychiatrie kann eben auch mal sein, man macht drei Beratungstermine, freut sich und geht dann mit seinem Beratungsergebnis oder man macht einen Beratungstermin, dann macht man ein bisschen Diagnostik und dann spricht man mit den LehrerInnen, was ja heute viel besser geht dank Corona, weil eben alle jetzt wissen, wie man eben Computer benutzt, um in Konferenzen zu gehen und seitdem sind diese Helferkonferenzen, die wir immer schon machen, sind aber viel leichter zu organisieren. Und also ich will sagen, Psychiatrie heißt ja nicht immer ein einjähriges Commitment, sondern manchmal sind es eben sechs Termine. Du hast gerade Corona angesprochen. Was siehst du an Folgen dieser Corona-Zeit bei deinen Patienten und Patientinnen? Also das war auf jeden Fall sehr einschneidend für die meisten eben Kinder und Jugendlichen in einem Ausmaß, das wir uns nicht gut vorstellen können, weil wir es ja erst post hoc eben erforschen können. Die Gesellschaft war darauf überhaupt nicht vorbereitet, irgendwie logischerweise, aber die Gesellschaft ist auch nicht darauf nachbereitet. Das heißt, wir hatten dann diese bizarren Fälle, wo dann eben Schüler zurückgekommen sind, SchülerInnen zurückgekommen sind in die Klasse und dann die LehrerInnen zu ihnen gesagt haben, ja, jetzt macht mir hier eine Gruppenarbeit. Und die Schüler waren aber jahrelang nicht in der Schule und waren da irgendwie nicht angekommen. Und die LehrerInnen haben da gesagt, naja, also in der vierten Klasse wird man ja wohl mal eine Gruppenarbeit machen. Das stimmte halt vorher, aber das stimmte dann eben nicht mehr. Und auch viele Pubertäten sind komisch verlaufen. Da sind auch manche, die haben sich da echt in ihrem Zimmer verloren und kommen da jetzt nicht mehr raus aus diesen Online-Welten. Es ist ja gut auch so gemeinsam sowas wie, wie funktioniert eigentlich mein Körper? Wie geht es mir eigentlich mit meinen Unsicherheiten und sowas gemeinsam herauszufinden? Wenn man den Eindruck hat, ein Teil hat es rausgefunden und ich selber gehöre nicht zu dem Teil, dann ist es auch ganz schwer, da irgendwie wieder aufzusteigen und reinzukommen. Also das war schon echt eine Abrissbirne, die da, also wie sagt man, ohne Unterschied irgendwo reingeschlagen hat und schon auch viel gemacht hat. Und wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Anmeldung, vorher war es eben so, dass wir immer voll waren und jetzt, also ein Unternehmerfreund von mir hat gesagt, das ist doch kein Problem, der musste eben neue Räume anmieten und einfach seine Praxis verdoppeln. So leicht geht das nicht in Deutschland. Das ist ja sehr reguliert. Ich könnte jetzt nicht einfach meine Praxis verdoppeln. Das wäre mir auch zu viel Arbeit. Und wenn diese Kinder und mit den Eltern zu dir kommen und du merkst, die Ursache oder dass das jetzt so ist, liegt in dieser Corona-Zeit, was hilft dann den Kindern und auch den Eltern? Ja, es nutzt ja nichts. Also eine Zukunftsorientierung, die man anstrebt, dass man eben überlegt, wie kann es jetzt weitergehen? Was kannst du für dich tun? Wir haben eben auch gruppentherapeutische Angebote, dass man eben überlegt, wie, also es ist ja so toll, in so einem gruppentherapeutischen Angebot kann man sich ja so gegenseitig spiegeln und gegenseitig reflektieren. Und das ist so toll, das ist so, als ob man schon einfach in den Maschinenraum von sozialen Situationen gucken kann. Das hat man ja sonst nicht. Also ich kann jetzt nicht stoppen und dich fragen, wie nimmst du mich gerade wahr? Also könnte ich jetzt in der Situation gerade machen, aber normalerweise geht das nicht. Und in gruppentherapeutischen Angeboten geht das. Also dass wir solche Sachen probieren, verstärkt anzubieten, dass wir verstärkt auch probieren, Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle so zu schaffen. Also dass wir eben sagen, hier ist eine Möglichkeit, auch deine Gefühle zu lassen. Oder dass wir eben sagen, wir müssen auch gar nicht miteinander reden, sondern wir können auch einfach Sachen zusammen machen, um uns gemeinsam als Menschen zu spüren, ohne dass wir darüber reden müssen. Also wir müssen ja in die Zukunft denken. Man kann, also die Corona-Zeit, die ist ja bei uns allen wahnsinnig schnell verblasst, wenn man so überlegt, dass es da so eine Phase gibt, wo alle sich um die Impfstoffe geprügelt haben. Und heute dann in dieser letzten Welle, die jetzt war, keiner mehr den Impfstoff haben wollte. Also das ist so alles, das verblasst sehr schnell. Und wir können uns nicht darauf orientieren, weil gerade für eben Kinder, die sich ja selber sehr stark entwickeln und außerdem noch drumherum ihre Systeme, also die Schule, aber eben auch die Gleichaltrigen, sich so stark entwickeln, ist jetzt sozusagen eine Orientierung auf die Vergangenheit wenig hilfreich. Du sagst gerade dieses Verblassen. Das merke ich auch selber. Man denkt an Corona und denkt so, das ist zehn Jahre her. Ja. Irgendwie ist so mein Gefühl. Wir haben erst ganz am Anfang über unterdrückte Gefühle gesprochen. Was macht das, wenn Events so unterdrückt werden? Auch, ich meine, wir haben in Deutschland eine Geschichte von Unterdrückung. Also die DDR, da habe ich das Gefühl, jetzt in den letzten Jahren fängt es an, dass man sich mal richtig damit auseinandersetzt oder viel, viel mehr. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, wie lange hat das gedauert, bis das mal richtig aufgerollt worden ist? Jetzt haben wir wieder Corona und man schiebt das so weg. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, es muss irgendwie auch mal weitergehen und wir haben jetzt auch gerade keinen Bock, da jetzt wieder drüber nachzudenken. Aber was wäre ein guter Umgang mit solchen Sachen? Also in so einer, also wo, wie viel Verdrängung ist gut? Also da gibt es keine, da gibt es keine Formel und das ist eben so, wenn man eben so viel mit dem Leben zu tun hat, mit dem, einfach mit dem Heute und dem Hier, ist es eben wirklich sehr schwierig, sich intensiv mit dem, mit dem Da und Dort und dem Damals zu beschäftigen. Weil jetzt gerade auch schon wieder etwas Neues los ist. Jetzt ist gerade so viel los und, und, genau, also die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist übrigens auch die Frage mit der Wende. Ich weiß noch, ich war mal bei einer Diskussion, also bei so einer Diskussionsrunde eingeladen als Quoten-Ossi und da ging es so um die Mauer, wie schlimm die Mauer ist. Also es muss 2011, denke ich, gewesen sein, 50 Jahre Mauerbau und dann so. Und dann, dann saß ich da und dann sagte ich, also ich finde das mit der Mauer auch schlimm und so, aber ich würde eben gerne auch darüber sprechen, welche Bedeutung das für uns als Land hat, dass wir diese Mauer, dass wir diese Erfahrung mit dieser Mauer haben und mit der EU-Außengrenze, wo, wo, wo jeden Tag ungefähr so viele Leute sterben wie an der, an der Mauer, so während ihrer Existenz. Und die sind ausgerastet, die Leute waren so wütend auf mich, die anderen Podiumseiten, Eberhard Diebken und so, das war, das war so wie so, was soll das? Und ich denke eben immer, das ist vielleicht eben auch meine psychotherapeutische Prägung, dass ich eben denke, es ist schon wichtig, die Ereignisse, also die Erfahrung der Corona-Pandemie zu verarbeiten, aber immer mit der Frage, mit dem Blick in die Zukunft, also, was ist mir da passiert, welche Gefühle habe ich daraus auch nicht verarbeitet und wo begegnet mir das auch in meiner Gegenwart und auch so in meiner Zukunft? Wir haben ja immer dieses Berühmte, wir können und wollen unser Leben immer nur rückwärtig analysieren und es geht aber darum, es vorwärts anders und letztendlich besser zu leben und das ist immer die, das ist immer die, also das Dilemma, in dem man eigentlich ist, weil die beste Analyse ist immer nur bezogen auf die Vergangenheit, weil man da eben auch so hinterher gucken kann, wie einer meiner klinischen Lehrer sagte, das Retrospektroskop ist das genaueste wissenschaftliche Instrument, also was die Situation von vor zehn Jahren, also irgendwelche schlauen Sachen darüber reden, wie man 1985 in der DDR gelebt hat, das ist eben super einfach, aber was heißt das für heute, was bedeutet das für uns? Und so ist das auch mit Corona. Und ich glaube, gerade die Pandemie war eben schon ein singuläres Ereignis, also wir kämpfen jetzt mithilfe der Lebensmittelindustrie darum, dass wir bald wieder eine schöne Pandemie haben, aber es war erst mal singulär und die Erfahrungen können eben nur bedingt, können uns bedingt nur weitertragen. Was meinst du mit Lebensmittelindustrie? Naja, die Tiere kriegen ja nach wie vor tonnenweise Antibiotika gefüttert und weißt du übrigens, warum die Antibiotika kriegen? Damit die, es ist wirklich so, damit die Bakterien im Darm den armen Viechern nicht das Essen wegessen, weil jedes Bakterium hat einen Umsatz, was weiß ich, so von zwei Kalorien pro Tag, und das sollen die nicht mehr machen und wenn du eben eine Million Bakterien, dann hat die Kuh eine Million Kalorien mehr, mit denen sie dick werden kann. Ist das nicht ekelhaft? Ja, total. Und darüber züchten wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit schlimme Resistenzen. Die aktuellen Krisen, also nehmen wir mal, wir nehmen Corona, das hatten wir jetzt gerade, aber auch, es ist ja viel los. Man kann sich gar nicht mit dem beschäftigen, zum Beispiel Corona, weil es dann auch wieder das Nächste gibt. Was ist so deine Erfahrung aus der Praxis? Welche Rolle spielen diese Krisen der Zeit für deine Patienten, Patientinnen? Also inwiefern ist das Kollektive das Persönliche? Das ist eine sehr gute Frage, deswegen überlege ich auch so lange, also ich habe so das Gefühl, dass ich so probiere, so meine Antwort zusammenzubasteln, förmlich, weil uns ist das Gefühl dafür abhanden gekommen, in was für einer privilegierten und guten Welt wir leben. Also dass wir sehr viel Sicherheit haben, dass die Gewalt in Familien massiv runtergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dass eine große Offenheit da ist für verschiedene Lebensmodelle, dass wir sehr frei sind tatsächlich, also unvergleichlich frei im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten. Und stattdessen gibt es eben ein Gefühl dafür, ein gutes Bewusstsein dafür, was alles nicht gut läuft, weil wir eben diese Maschine haben, die uns das ständig ins Gesicht treibt. Also das Internet ist halt sehr gut darin, Probleme zu verstärken und die Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu ziehen. Und ich habe ja vor allen Dingen beruflich mit Menschen zu tun, die Probleme haben, Stabilität zu finden und die dadurch massiv verunsichert sind durch diese Mechanismen. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern, was so los ist auf der Welt, wäre nicht sehr wichtig. Aber eben, wenn man erst mal alle Hoffnung verliert, dann macht man immer nur den falschen Leuten Platz. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe oder richtig gehört habe, es gibt sowieso eine Verunsicherung bei deinen Patientinnen und dann kommt noch das Außen dazu und das sorgt eigentlich dafür, dass diese Verunsicherung noch größer wird. Ja, es gibt eine Schwierigkeit mit so, also es gibt so eine Schwierigkeit, Sachen einzuordnen, zu sagen, ja okay, jetzt habe ich hier fünf Problemfelder, aber ehrlich gesagt, drei davon gebe ich ja gar nichts an. Das ist halt so, das muss ich mich nicht drum kümmern. Das fällt dann schwer zu differenzieren. Das fällt dann schwer, genau. Und man fühlt sich dann total verunsichert dadurch. Also ich meine, dieses Kommunikationsdesaster, Heizungsgesetz, also anstatt, dass die hingehen und sagen, wir haben jetzt mal geguckt und in Deutschland werden alle 30 Jahre neue Heizungen eingebaut. Im Schnitt so. Da würde ja jeder sagen, ja stimmt, mein ist vielleicht auch mal wieder dran oder eben auch nicht. Stattdessen haben die Leute ernsthaft gedacht, dass Herr Habeck sich die Zeit nimmt, zu Ihnen zu kommen und die Heizung aus dem Keller rauszuschrauben. Ich würde ihm das ehrlich gesagt nicht mal zutrauen, dass er das hinkriegt. Also jetzt das so. Aber was für ein Design, nicht mal bei einem Haus wird das hinkriegen. Ja, glaube ich. Nee, glaube ich. Ich glaube das wirklich nicht. Also ich traue es mir selber nicht zu. Ich will das jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt diese Person dissen will, sondern ich sage nur so. Und plötzlich sind die Leute panisch wegen ihrer scheiß Heizung und holen sich zehn Jahre früher bloß noch eine Gasheizung. Dann haben wir Bestandsschutz, da kann uns keiner. Anstatt so einfach mal so das, wie sagt man, emotionsarm aufzunehmen, worum es da vielleicht gehen könnte. Wie bringst du das deinen Patientinnen bei? Ich bin ja kein Lehrer, ich bringe niemandem was bei. Aber wir diskutieren sowas. Wir diskutieren, also das klassische Ding ist so, Wahrscheinlichkeiten zu diskutieren. Also gerade wenn meine Patientinnen so katastrophisieren, dass wir dann sagen, okay, also wenn jetzt, also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nachbar eine Anzeige erstatten wird? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Einfach realistisch, let's be honest. Und dann nehme ich das auch mit, wenn die Patientin sagt, 60 Prozent, sage ich, okay, lass uns mal annehmen, dass es 60 Prozent, dass sie dich anzeigt. Glaube ich nicht, aber so. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei das annimmt, also dass die Wahrscheinlichkeit, das verfolgt, dass sie eben homosexuellen Sex in einer Riesenlautschk in ihrer Wohnung gehabt haben? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei diese Anzeige verfolgt? Naja, also auch, sagen wir mal, ehrlich gesagt, 40 Prozent, oder? Also wenn man es dann so mal rausbricht und sich dann so vorstellt, Polizeirevier Brunnenstraße, da kommt so eine Anzeige, sagen wir mal 40 Prozent, also so. Und was die Wahrscheinlichkeit von diesen 40 Prozent, dass die Staatsanwaltschaft das dann nimmt, so, also so, und dann, und dann bist du am Ende sozusagen, bist du bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 Prozent, dass du in den Knast kommst, so, und 99,9, dass das wahrscheinlich völlig in Ordnung ist. Und, oder, dass es jedenfalls nicht diese Katastrophenkonsequenz haben wird, die du hattest. So eine Sachen kann man diskutieren, ja, man kann, man kann, stark, super. Man kann Sachen, dass man sagt, geh mal in dein Gefühl, was ist denn los, was ist denn dein Gefühl, so, also, wer schreit da rum? Und, wenn du dir jetzt selber begegnen würdest und du wärst ganz ruhig und, und, und stark und, und so, wie so ein Superheldenmodell von dir, was würdest du dann zu dir sagen? Und dann sagen die Patienten, würde ich sagen, naja, ganz so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Ich habe die Kaffeemaschine natürlich ausgemacht, ich habe die auch immer ausgemacht, und dann sage ich auch, Mensch, das ist ja interessant, was du so als Superheld so zu dir sagen würdest. Und dann denken die Patienten auch, ja, das ist wirklich interessant und das ist dann schon mal beruhigend. Manchmal behandelt man Patienten mit Hypnose und geht, dann gehen die noch mal in Situationen, die ihnen viel Angst machen, diesmal auch noch mal mit einem Begleiter, vielleicht mit einem starken Begleiter oder einfach als, als sie in ihrem heutigen Ich, um dann so eine Situation noch mal anders aufzuräumen. so Sachen individuell. Es tut mir leid, es ist immer... Nein, ich verstehe das total. Vor allen Dingen ist das, das ist ja, man weiß ja nicht, was dann so passiert bei dir oder woanders auch. Aber dass du das, ich mag das voll, weil das kann jetzt auch jeder und jede, die das jetzt hört, überlegen, dieses Katastrophisieren und dass man sich mal wirklich so hinsetzt und sagt, okay, wir rechnen das jetzt mal durch. Und dadurch, durch so eine Rechnung auf so einem Blatt Papier, wird es ja auch was völlig anderes, weil man muss wirklich nicht, lass uns mal wirklich Prozent zahlen. Und das so wirklich komplett durchzuspielen und meistens, glaube ich, dachte ich gerade, wenn du das erzählst, das bei Sachen, wo ich denke so, ah, da habe ich so ein bisschen Sorge, dann ist man dann so, bei der dritten Zahl ist man dann schon, ach egal, gut, weg. Das ist auch super, genau. Es gibt ja diese tolle, diese tolle Sache, wenn man Schlafstörungen hat, dass man sagt, als eine Übung gegen Schlafstörungen nachts im Bett, dass man zehn Minuten die Augen schließt, ohne einzuschlafen. Ja. Das beruhigt die Leute so. Das ist einfach, und nach zehn Minuten, und wieder aufmachen. Davon schläft jeder ein. Weil das ist so, okay, ich mache jetzt die Augen zu zehn Minuten und schlafe nicht ein sehr gut. Ich darf auf jeden Fall nicht einschlafen. Davon schläft man jetzt sehr beruhigend. Ah, toll. Oder auch sehr toll, Ausatemzüge zählen. Nicht Einatemzüge zählen, sondern Ausatemzüge zählen. Also ehrlich, also wie sagt man immer, true story, aber ich bin wirklich noch nie bis 20 gekommen. Das schafft man nicht. Und wenn man es sich verzählt hat, also wenn man sich nicht sicher ist, ob man jetzt sieben oder acht hat, einfach nur ganz ruhig bleiben, no problem, alles gut, wieder von eins anfangen. Ehm, man kommt nicht bis 20. Und es dürfen nur Ausatemzüge sein. Man schläft so, man ratz so weg, das geht eigentlich gar nicht klar. Ich hätte hier die Frage drauf stehen, wie begleitet man Menschen von der Angst in die Zuversicht? Und da hast du auch mal einen Talk dazu gehalten, den ich mir im Internet angeguckt habe. Und eigentlich ist es, du hast es jetzt schon beantwortet, indem man es die Katastrophe so konkret wie irgendwie möglich macht. Das denke ich gerade eigentlich. Ja, ich weiß, das war ganz toll, das ist so eine Tagung, das ist unvorstellbar toll in Bregenz. Und die Frau, die Carmen Feuchtner, hat so ein Netzwerk aufgebaut und da hat die mich eingeladen. Und das Schlimme ist daran, ich hatte sofort zugesagt, weil das so ein tolles Netzwerk ist, super tolle Personen, die da unterwegs sind. Das Schlimme ist, dass Carmen dir sagt, worüber dein Vortrag ist. Aber das war eine tolle Frage, finde ich. Also die Frage, wie kommt man von der Angst in die Zuversicht, ist doch fantastisch. Probier mich zu verstehen, das Problem ist so, du sitzt da und dann, ja, wir freuen uns sehr rein, dass sie da sind und so. Also wir sind jetzt natürlich per Du. Also jetzt so und so. Und dann kommt das Thema und du denkst, und du schwitzt erst mal, ah, oh Gott. Also du, das ist eben, die will das nicht, das ist auch super toll, sie will eben nicht, dass du deinen, den Vortrag, den du schon ein paar Mal gemacht hast und wo du ganz gut so, vielleicht noch zwei, drei Folien rein und dann passt das schon, was so das Übliche ist, sondern sie, sie haut dir so ein Thema raus und ich, also ich war so voll, ich nehme die Herausforderung gerne an, aber ich habe auch Blut und Wasser geschwitzt. Ja, wir verlinken das auf jeden Fall noch in den Show. Und zwar mal, dass ich das angucken muss, weil du so wunderschön erklärst, auch was Geschichten erzählen, also unsere Narrative mit der Angst zu tun haben. Willst du das vielleicht einmal kurz, also kann man es vielleicht kurz zusammenfassen, was Narrative? Psychotherapie beruht ja sehr stark auf Geschichten, die wir uns von uns selber erzählen, aber auch Geschichten, die andere von uns erzählen. Und wenn wir lernen, die Herrschaft über unser Narrativ zu übernehmen, dann haben wir eben eine gute Chance, auch Veränderungen daran vorzunehmen. und oft Menschen mit psychischen Instabilitäten haben oft das Problem, dass sie ihr Narrativ als oktroyiert, also als etwas anderes, als etwas Fremdes erleben. Und da geht es eben dann darum, wieder dann eben irgendwie auf den Fahrersitz zu kommen oder eben auf den Fahrerzattel zu kommen und selber zu fahren und selber das Narrativ zu erzählen. Und dann können wir es eben auch positiv beeinflussen. Und das ist etwas, was wir als Psychotherapeutinnen sehr gut können. Also die Geschichte umschreiben. Ja, genau. Also die Geschichte nimmt dann einen anderen Verlauf. Also ich habe viele Patienten, PatientInnen, die Dungeons & Dragons spielen und die wissen dann genau, was gemeint ist. Weil da geht es ja dann immer darum, dass dann irgendwie der Dungeon Master irgendwie plötzlich eine andere Idee hat. Und dann müssen eben alle, wollen auch alle darauf reagieren. Ich wusste ja, dass wir uns heute treffen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, in meinem Bekanntenkreis, was die Väter betrifft, dass meine Generation Väter, zumindest in meiner Bubble, Prenzelberg und so weiter, sehr anwesende Väter sind. Also sich sehr kümmern, am Start sind, Schuhgrößen wissen und so weiter. Dennoch kenne ich auch die Angst und auch die anderen Väter, kein guter Vater zu sein. Während jetzt vielleicht mein Vater überhaupt nie anwesend war, also der war da, aber der wusste nichts von mir so großartig, bin ich jetzt total da und trotzdem kenne ich diese Angst. Irgendwie vielleicht zu wenig Grenzen zu setzen, vielleicht zu doll zu behüten, vielleicht nicht richtig loszulassen. Und dann denke ich dann, oder wir sprechen dann untereinander, sagen ja, wahrscheinlich ist das denn der Grund, warum die dann mal später beim Hain landen gefühlt. Also vielleicht ist das, vielleicht ist das zu viel des Guten, vielleicht, also mein Vater hat ja auch nicht gedacht, ich bin mal ein schlechter Vater und bin nicht da, sondern das ist ein Zeichen der Zeit gewesen und das ist jetzt auch ein Zeichen der Zeit. Du weißt, worauf ich hinaus will. Vielleicht. Was bedeutet es, ein guter Vater zu sein in deiner Weisen? Ich habe absolut keine Ahnung und ich möchte auch vehement sagen, dass also bei mir einen Therapieplatz zu bekommen, ist ein unheimliches Geschenk, eine Gnade und eine Seltenheit. Also beim Hain zu landen, also ich weiß da in der Stelle nicht genau, was du, wovon du sprichst. Die, also ich würde sagen, ich würde sagen, guck mal, wie toll Gleichberechtigung funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, was Mütter schon immer kennen, weil die eben in der Verantwortung waren und immer, wenn man in der Verantwortung ist, bringt das eine Unsicherheit mit. Und die Position, die männliche Person, oder Väter vorher hatten, war viel bequemer. Also man ist eben nicht in der Verantwortung, tut mir leid, ich muss ja das Geld dran schaffen oder was auch immer. Tatsächlich kannten wir eine Familie, die hatte so ein klassisches Modell. Also da war es wirklich so, die Frau hat sofort, die war super qualifiziert, die hat sofort Haltplacks gearbeitet mit der ersten Schwangerschaft. und ich war dann mit meinem Sohn unten zum Spielen so und er kam nach Hause und setzte sich wirklich original aufs Sofa und las Zeitung erst mal und sie bereitete das Armbrot zu oder so. Und da dachte ich, das ist irgendwie schon ungewöhnlich so für meine Bubble, aber es ist halt auch berückend einfach. Es ist dann irgendwie klar, wer für was zuständig ist, wenn das Kind schreit, ist selbstverständlich nur die Mutter zuständig. Und jetzt teilen wir uns das mehr und das ist gut und das ist eben gleichberechtigt und wir haben jetzt eben die gleichen Ängste und Sorgen, die immer früher nur die Mütter hatten. Und damit muss man leben. Ich habe eine Sozialarbeiterin, mit der ich lange sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe und die ich sehr mag und die meinte eben immer, also wenn man bei mir zu Hause eine Kamera aufstellen würde, würde man auch lauter Defizite beobachten und benennen können in der Art, wie ich meine. Bei dir zu Hause? Nö, auch bei sich zu Hause. Ich würde das für mich genauso sagen. Wenn man das will, wenn man diese Negativbrille aufsetzt, würde man auf jeden Fall Defizite und Fehler benennen können, die da passieren. Und darum geht es nicht. Verantwortung bedeutet eben immer auch Fehler zu machen und es geht eben darum, zu überlegen, an welcher Stelle will ich das anders machen, an welcher Stelle will ich das auch anders steuern. Ich habe immer so ein Bild von so einer Box mit Legosteinen oder irgendein anderer Hersteller von aufeinanderstapelbaren Plastikklötzen. Und das ist so für mich die Vergangenheit. Und da gibt es eben schwarze Legosteine oder dunkle Legosteine und da gibt es eben ganz bunte, ganz viele Legosteine. Und wenn ich mir jetzt aus Legosteinen einen Regenbogen basteln möchte, dann muss ich die bunten Steine nehmen. Das heißt, die Defizitorientierung führt uns immer in so eine depressive Resignation. Und wir müssen eben gucken, was hat funktioniert und wo habe ich das Gefühl, habe ich das gut gemacht mit der Verantwortung? Da war ich nicht zu behütend, aber auch nicht zu fordernd. Also wo habe ich das Gefühl, also dass ich das für mich so innerlich verstärke, wo habe ich ein richtiges Maß gefunden? Wo habe ich eine gute Ansprache für mein Kind gefunden? Wo habe ich einen Fehler, den ich gemacht habe, mit meinem Kind gut gelöst? Also wo habe ich das Gefühl, da habe ich ihm gleich zu verstehen gegeben, das war jetzt Kacke von mir? Oder so, also wo war ich auch ein gutes Team mit der Mutter? Und darüber würde ich mir mehr Gedanken machen. Ich glaube, das ist ein konstruktiver Ansatz, der mich zumindest weiterbringt. Aber verhindern, dass jetzt mein Sohn irgendwann oder unser Sohn irgendwann davon vielleicht, genau, also sagt, ich bin so fluide und grenzenlos, weil meine Eltern mir nie Grenzen gesetzt haben. Achso, ach, das ist doch Quatsch, ja, ja, das ist so dieses, hat uns auch nicht geschadet, das kommt so aus diesem Postleitzahlenbereich, so, ähm, also, so, also man macht keine Fehler in der Erziehung seines Kindes, indem man den größten Fehler macht, nämlich sich zu verpissen. Das war so früher das Modell, oh, die Frau ist schwanger, oh, ich weiß nicht, so, darauf habe ich keine Lust, wiedersehen. Ähm, da macht man keine Fehler in der Erziehung, also dazu herzlichen Glückwunsch, war ein sehr männliches Modell, ähm, und heute machen wir Fehler, aber zum Beispiel die Herangehensweise der Generation jetzt, äh, unserer Kinder an Psychotherapie ist auch wirklich viel entspannter, die, die, die machen dann ein Date mit einer Psychotherapeutin aus und treffen sich halt einfach 20 Mal mit der und dann auch wieder nicht. Die warten nicht, bis sie merken, hier, hier klappt gar nichts mehr und ich breche mein Studium ab oder ich, ich fange an, mich zu verletzen oder so, sondern die, die haben auch ein früheres Gespür dafür, dass die was machen. Das ist nicht schlimm, es ist wirklich völlig okay, es würde ja auch niemand sagen, oh Gott, ähm, und dann hatte ich so einen Lifestyle, da musste ich zur Hausärztin, da würde jeder sagen, ja klar, bist du zur Hausärztin gegangen mit 50, also warum denn auch nicht, ja, und so sieht man das, also, also der Beleg dafür, dass aktive Väter zu, äh, psychotherapiebedürftigeren Kindern führen, den gibt es überhaupt nicht, also das, wie gesagt. Es geht eher nur um diese Angst, etwas, naja, also man, also ich, ne, will gerne alles richtig machen, und woran erkenne ich aber, was eigentlich das Beste für mein Kind ist? Genau, es gibt so eine tolle Studie, die ich sehr, sehr mochte, da haben zwei amerikanische Erziehungswissenschaftler, haben probiert, sich die Frage zu stellen, was ist die beste Erziehung für ein Kind, und haben verschiedene Kulturen besucht und haben sozusagen geguckt, wie erziehen die? Also man kann sagen, dass Menschen in Ostasien ihre Kinder völlig anders erziehen als Menschen in Ostafrika, als Menschen in Europa, als Menschen in Amerika. Also in Frankreich kommt man mit sechs, sieben Wochen in die Crash und das ist eben ganz normal. In Amerika noch früher, da gibt es eben so in den Betrieben oft eine Nursery, in bestimmten Gebieten Ostafrikas hat man das Kind an den Körper gewickelt für eine längere Zeit. Und die Schlussfolgerung ist, jede Familie erzieht ihr Kind so, dass es am besten in die Gesellschaft passt, in der es aufwächst. Das heißt, wenn jetzt du dein Kind auf ostasiatische Art erziehen würdest, dann wäre das eine Entscheidung, die du triffst, und würde von deinem Kind und allen anderen als die ungewöhnliche Erziehungsmethode empfunden werden, die es war. Und wenn du dein Kind halt so erziehst, wie es das kennt und so wie alle in der Klasse sich dazu auch einen Bezug finden können, dann wird das Kind das wahrnehmen. Und du hattest vorhin das wichtige Thema angesprochen, dass eigentlich die meisten gerne entspannt Teil einer großen Gruppe sein wollen. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Gründungswahrheit von Psychotherapie im Allgemeinen. Weil wenn man sagt, ich möchte völlig anders sein als der Rest der Menschheit, dann brauche ich dafür keinen Psychotherapeuten. Das können wir auch nicht gut. Und wenn ich jetzt mein Kind aber auf typisch mitteleuropäische Weise erziehe, wo heute Väter eine größere Rolle spielen, dann wird es sich eben auch mit seinen Peers darüber austauschen können und auch darüber lachen können. Und dann ist alles in Ordnung. Und ich bin halt gespannt, wie die nächste Generation sich von uns unterscheidet. Ja, unbedingt. Also weil ich gar nicht mehr mir vorstellen kann, wie man noch mehr für sein Kind da sein kann, als wir das jetzt im Moment sind. Ob die dann vielleicht nicht sagen, du, das war ja wirklich, ich kenne das jetzt auch schon, den Satz, ja Papa, jetzt brauchst du mich heute nicht abholen. Es ist jetzt auch mal gut. Oder auch, ich kenne auch den Satz, Papa sei mal normal. Im Sinne von, man ist vielleicht zu albern oder zu verspielt noch selber, weil, keine Ahnung, die eigene Kindheit vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist, wie auch immer. Meine Wahrnehmung ist davon, du bringst immer noch ein Thema und noch ein Thema auf. Meine Wahrnehmung ist davon, wenn das getragen ist von einer echten Liebe zum eigenen Kind, dann ist das, dann spürt es Kind das und auch sehr lange. Das heißt so, das ist doch schon, es ist ja so ein Privileg von deinem Kind, dass es zu dir sagen kann, kannst du mal normal sein. Also meine Kinder, also machen viel sehr lustige Witze über mich und ich kann mit ihnen darüber lachen. Und ich glaube, dass man schon so in der Reflexion dann sagen kann, das war eigentlich cool, es war eigentlich schön so, es war schön zu Hause zu sein. Zum Beispiel, meine Kinder sind jetzt groß und ich freue mich natürlich auch, dass sie wieder zurückkommen. Also, dass sie gerne mit uns dann eben auch wieder Zeit verbringen, obwohl sie das nicht mehr müssen. Also, sie wohnen halt nicht mehr bei uns. Sie dürfen Zeit mit uns verbringen und machen es halt teilweise freiwillig. Also machen es doch teilweise freiwillig. Teilweise freiwillig. Naja, manchmal gibt es ja, weil keine Ahnung, wenn ich eben 80 werde oder meine Frau 40 wird, dann müssen sie schon kommen. Ja, aber sie sind eben, sie kommen schon gerne und verbringen gerne Zeit mit uns. Und wir auch, wir freuen uns auch mega, mit denen Zeit zu verbringen. Das ist die schönste Zeit in unserem Leben, kann man wirklich unangeschränkt sagen. Und ich glaube, alles was so von wahrer Liebe, also wenn nicht so ein komisches Konzept dahinter steht, geht so, ich habe gehört, es sei gut, wenn man, wenn, wenn, wenn man als Vater mit seinem Kind, keine Ahnung, Swahedi spricht oder so und, und dann sprichst du immer Swahedi und, und dann sagt ihm dein Sohn auch zu dir, sag mal, kannst du mal normal sein? Also, und, und es hat gar keinen Liebesgrund, sondern irgendein, du hast irgendein Konzeptpaper gelesen. Aber wenn es wirklich einfach getragen ist von Liebe, dann ist das in Ordnung. Und, und weil du gesagt hast, die eigene Kindheit nicht verarbeitet haben, das ist vielleicht auch ein veraltetes Konzept. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, eine gute Beziehung und eine gute Verbindung zur eigenen Kindheit zu haben, weil, weil es ja auch bedeutet, dass das, was unsere Kinder erleben, in ihrer, in ihren jeweiligen Lebensphasen, eben auch, ähm, von einer äquivalenten Bedeutung ist, wie das, was wir hier erleben. Also, wir sind nicht besser als unsere Kinder, bloß weil wir älter sind. und, ähm, wir, wir sollten genauso unsere Meinung vor unseren Kindern oder vor Kindern begründen können, wie wir die auch vor anderen, die so alt sind, wie wir begründen können. Das heißt, du siehst da eher, ähm, also dieses Nicht-Abgeschlossenheit, dass es eigentlich eine Verbundenheit ist, nach wie vor. Ja. Ja. Also sehr stark, auf jeden Fall. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich bin ja, sagte ich bereits, werde 53 dieses Jahr, wenn ich irgendwo eingeladen bin, so, dann denke ich immer, ach guck mal, wollen sie auch einen Jungen dabei haben? Wirklich ernsthaft? Also das ist so, und das stimmt wirklich nicht mehr. Aber ich denke immer, ach guck mal, wollen sie einen jungen Mann auch so haben? Richtig fashion hier. Nee, nicht wegen fashion, also ich bin, ich bin wunderschön, aber, aber, also ich denke, die wollen dann so jemand, der auch so ein bisschen Jugendliches haben. Und das ist einfach nicht so. Die wollen halt einfach so jemand, der, so wie ich, 25 Jahre Berufserfahrung hat, gerne dabei. Ich freue mich, ich freue mich, dass der Psychiater vor mir auch genau so einen Blick von sich selbst hat, dass er noch so ein 25-Jähriger gefühlt ist. So ungefähr. 28 Jahre. Genau, 28 ist genau so ungefähr da. Genau. Ich bin sicherlich, aber, und das ist halt total absurd. Also, da muss man dann eben auch reflektieren. Also jetzt so, als mich Kamil Feuchten eingeladen hat, zur Welt der Kinder, da war ich, es ist doch schön, dass er auch mal einen Jüngeren erinnert. Und da habe ich so gesagt, nee, ich bin eigentlich einer von den Älteren da. Ich würde gerne noch ein Thema besprechen. Und zwar ist es das Thema, wenn die Eltern krank sind. Das heißt, da ist vielleicht beim Vater, bei der Mutter oder beim Vater, Vater, wie auch immer, ist eine schwere psychische Krankheit, vielleicht eine schwere Depression. Wie kann man am besten dann mit den Kindern umgehen? Also wie kann das am besten funktionieren, dass das für die Kinder nicht zum großen Rucksack wird? Also erstmal ist es nicht wichtig, ob es eine psychische Krankheit ist. Also eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit wie eine Krebserkrankung oder so ist auch schwierig. Wir haben ja auch, wir haben relativ viele Kinder, die eben auch dann halbweisen oder weisen sind. Also erstmal, glaube ich, ist eine Offenheit im Umgang sehr wichtig. Also dass man erstmal bespricht, was ist in dem altersgerechten, entwicklungsgerechten, auf eine altersgerechte Art. Weil ich sage immer, das Prinzip von jedem Horrorfilm ist, ist, dass man das Monster höchstens mal am Ende ganz kurz sieht. Also wenn du dir Alien anguckst, du siehst eine halbe Stunde gar nichts, dann siehst du eine Dreiviertelstunde lang mal eine Hand, mal einen Mund und dann erst so ganz am Ende sieht man ganz kurz das Alien. Das ist ja auch sehr uninteressant, diese HR-Giger-Gesamtfigur. Das heißt, es ist immer wichtig, eine Transparenz zu schaffen, weil in unserer Vorstellung ist das unausgesprochen immer viel schlimmer. Also wenn wir sozusagen ein Licht inhalten in den dunklen Raum, dann ist es erfassbarer, auch wenn es da nicht schön drin aussieht. Also das ist so das eine, was auf jeden Fall wichtig ist. Kinder müssen sehr viel verstehen und können dadurch auch sehr viel verstehen. Also es ist immer so lustig für mich zu erleben, wenn Eltern sagen, aber das haben wir ihr noch nicht gesagt und das sagen wir nicht vor den Kindern. und dann sind die Eltern aus dem Raum und das Erste, was die Kinder sagen, sind genau diese Sachen. Ja, Mama und Papa sind ja längst nicht mehr zusammen. Ja, und die haben gesagt, aber das, also das probieren wir, wir probieren sie davor zu behüten. Und dann ist es eben, und auch zum Beispiel dann eben zu sagen, es ist komplett beschissen, dass ich so krank bin. Das ist überhaupt nicht witzig, dass ich diese schwere Erkrankung habe, was auch immer es ist. Und ich probiere auch nicht so zu tun. Ich probiere jetzt mir nicht ein buntes Kleid anzuziehen oder einen bunten Anzug anzuziehen, damit meine Kinder denken, ich bin fröhlich und komme dann so rein wie ein Totengräber mit einem bunten Anzug. Sondern dass man dann, also ich finde auch, man sollte gucken, dass man die Ressourcen nutzt, die man findet so, aber dann auch nicht so zu tun, weil das macht einem auch eher Angst, dass man merkt, der Person geht sehr schlecht und sie tut aber so, als ob sie ja super geht oder so. Und dann ist es wieder so sehr individuell. Manche Kinder können damit gut umgehen, manche Kinder können damit auch besser umgehen als ihre Eltern. Also ja, ja, man darf ja nicht vergessen, dass es ja immer auch um die Menschen geht, die bleiben oder so. Also wer, also krebskranke Kinder können manchmal besser mit dem Umstand umgehen, als ihre Eltern das können. Also wenn die Eltern dann zum vierten Mal irgendein Geschenk für 1.000 Euro mitbringen, dann sagen die Kinder manchmal, können bitte, können sie bitte meinen Eltern sagen, dass sie keine Geschenke mehr kaufen sollen, weil das nur noch peinlich ist. Ich habe eigentlich mehr das Gefühl, dass ich wirklich in einer Sekunde sterbe, anstatt irgendwie, also die 1.000 Euro sollten sie sparen, jede Sekunde, die ich mit ihnen verbringen darf, ist mir lieber. Solche Sätze sagen die nicht, aber das ist das Gefühl. Ja, und wie gesagt, den größten Fehler macht man, wenn man nicht da ist. Und wenn man eben da sein kann und das geben kann, was man gibt und was getragen ist von Liebe, dann ist das eben, also das Schwierige ist, oft für Eltern, also für so uns Eltern, also dass du tatsächlich der perfekte Vater für deine Kinder bist. Du bist komplett daneben, du siehst komisch aus, du hast, weiß ich nicht, ein komisches Bändchen ums Armband, also du bist völlig Panne, ja, also das will ich dir gerne bestätigen, aber du bist komischerweise der perfekte Vater für deine Kinder. Und das müssen wir erstmal akzeptieren. Es gibt keinen besseren Vater als dich. Und wenn ich das so nehme, dann komme ich auch raus aus der Nummer. Weil ich dann sage, ja, kann sein, dass das jetzt daneben war, aber also es gibt wirklich keinen besseren als dich. Also ich zum Beispiel, ich habe Kinder, ich bin ja Kinder, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich habe ganz viel Ahnung, habe tausende von Patienten behandelt und ich wäre für deine Kinder ein tausendmal schlechterer Vater. Verrückterweise. Ich würde die auch gut behandeln oder so. Also ich bin, weißt du, also um Himmels Willen, auf jeden Fall. Aber es wäre ein Riesenverlust, wenn ich ihr Vater sein müsste. Und ob du eine Depression hast oder ob du jetzt eine schwere Erkrankung hast, ich wünsche dir, dass du das alles nicht hast. Ja, aber du bist trotzdem immer noch der absolut Beste. Wenn wir das akzeptieren, dann geht es gut weiter. Stark. Und vor allen Dingen, was ich mitnehme, ist nämlich das nicht zu überschminken. Nicht so zu tun, als ob hier alles normal wäre. In Anführungsstrichen wieder das normal, sondern ... Wir müssen akzeptieren, dass unsere Kinder über drei Jahre, also gerade bei präsenten Eltern, wir sprachen darüber, dass unsere Kinder über drei Jahre gelernt haben, uns nonverbal zu lesen. Das heißt, unsere Kinder können drei Jahre lang nicht sprechen, also nicht sich in Sätzen ausdrücken, ungefähr, sagen wir mal, und können uns trotzdem lesen. Das ist wichtig, überlebenswichtig, das können die sehr gut. Und das heißt, unsere Vorstellung, dass wir für unsere Kinder was verheimlichen, ist richtig naiv. Weil wie du lächelst oder wann du sauer wirst, das ist wichtig für deine Kinder zu wissen, und zwar über Jahre, für ihr Überleben. Also so ist das einprogrammiert. Und wenn wir denken, dass wir ... Und das können wir übrigens bis zu unserem Tod nicht. Unsere Kinder können uns auch, also wenn unsere Kinder mal 40 sind, können die uns immer noch genauso lesen. Und können wir das andersrum auch? Ja. Also doch schon. Also wenn ich jetzt so daran denke, schon. Also das ... Weil wir das ja auch ... Am Anfang gab es ja auch ... Ganz genau dasselbe. Ja, klar. Und wenn wir uns darauf eingelassen haben, und wenn wir nicht irgendwie mit irgendwelchen ... Wieder mit den Konzeptpapieren kommen. Ein Kind muss ruhig mal eine Stunde schreien, dann kann es besser schlafen. Ja, klar. Super. Ja, super. Dann können wir das vielleicht nicht, wenn die Kinder später mal 40 sind. Aber wenn wir uns da, wenn wir gewohnt sind, so auf unsere Kinder emotional zu reagieren und zu verstehen, wie es denen geht, ja, ein Bild, das ist ... Es ist weniger existenziell. Wir können das auch, aber für die Kinder ist das existenziell. Und deswegen ist die Vorstellung, genau dieses Schminken ist eben, ist wirklich naiv. Du hast erst von deiner Kollegin erzählt, von der Sozialarbeiterin, die von den Differenzen gesprochen hat, die sie selber sieht. Wann fallen dir deine eigenen Differenzen schwerer? Also manchmal ist man ja sehr verzeihlich mit sich selbst und kann so, naja, da hat Fadi jetzt irgendwie mal, oder Doktor oder Podcaster oder wie auch immer. Und manchmal fällt es ja, manchmal fällt es auch schwerer ins Gewicht, obwohl es die gleiche Sache ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch wieder eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, dass es auch um mich ging in der Situation, also wenn sozusagen der Adressat dessen, was ich gesagt habe, nicht nur die andere Person da oder jetzt ein Kind von mir war, sondern dass ich da auch irgendwie was mit mir verhandelt habe, dann denke ich so, das sollte ich mal lieber mit mir verhandeln und gar nicht mit anderen Personen. Woran liegt das? Also das ist mir ganz am Anfang auch häufiger passiert als Vater, dass ich gemerkt habe, jetzt spreche gar nicht mehr ich. Jetzt irgendwas, also hier spricht gerade mein Vater oder meine alte Lehrerin oder da schüttest du gleich das Glas. Genau, habe ich mir gleich erstmal Wasser übernommen. Probiere ich gleich erstmal in eine Slapstick-Situation zu wenden. Ja, sag mal. Also da habe ich ein paar Mal erlebt, dass ich wirklich nach einer, wie kann man auch so nennen, einer streitigen Situation gemerkt habe, also das war jetzt, das war nicht ich. Das war nicht ich. Also das war ganz merkwürdig, aber ich war es nicht. Oder beziehungsweise, das wollte ich doch eigentlich nie. Und jetzt habe ich jetzt... Ein guter Freund von mir hat mal noch in der DDR für einen Motorradführerschein gelernt und dann hatte der so einen Parkplatz. Muss mir mal den Stift geben, das ist jetzt auch nicht so genial. Und dann gab es so einen Parkplatz beim Kombinat 7. Oktober und da war eine Laterne in der Mitte vom Parkplatz und dann durfte er üben, weil es ja nicht öffentlicher Straßenraum war. Und dann war er so, dann war er so, naja, ich übe jetzt hier auf dem Platz und gegen die Laterne werde ich schon nicht fahren. Und das stimmt auch, mit der 99,5%igen Wahrscheinlichkeit, mehr nahm die Laterne nicht ein. Und du ahnst, was ihm passiert ist. Das heißt, etwas, was wir nicht tun wollen, hat auch eine starke Anziehungskraft. Also es ist wichtig, es ist wichtig, etwas nicht nicht tun zu wollen. Und ich würde auch, ich würde dir, würde auch im Gespräch mit dir, das wäre jetzt dann therapeutisch orientiert, würde ich auch dieses Konstrukt, das war nicht ich, würde ich schon hinterfragen. Und die Frage ist, warum war ich das oder warum, wie bin ich in diesen emotionalen Zustand gekommen, dass mir in meiner Hilflosigkeit nichts anderes eingefallen ist, als so eine, als so ein, als so ein, so ein Baustein aus dem Schrank zu holen, den ich da eigentlich, der da eigentlich im Schrank bleiben sollte. Also wie, wie ist mir das eigentlich eingefallen? Und dass du dann vielleicht Warnzeichen für deine Hilflosigkeit lernst, also dass du merkst, also wie jetzt, und dass du dann vielleicht mit deinem Tech-Partner sich abschlägst und sagst, ich gehe jetzt mal kurz raus und du komm, geh mal bitte rein. Also dass man eher so überlegt, also du merkst, ich denke immer so eher nach vorne. Es wird ein Muster sein, was bei dir aktiviert ist, also du wirst emotional aktiviert über dieses Muster und greifst dann, weil dir nichts einfällt und weil du aber auch nichts anderes, nichts Besseres vielleicht gelernt hast oder so, greifst du dann zu dem, zu dem, zu der Reaktion aus diesem Muster und, und das ist relativ schwierig. Also wichtiger ist es nicht, in das Muster reinzukommen. Ich glaube, wichtig ist, dass du vorher aussteigst. Und die Reaktion ist alles, was du früher erlebt hast, das will ich nicht mehr tun. Aber die Frage ist eben, ob du gucken kannst, also wenn das jetzt Schritt F ist, ob du gucken kannst, ob du zu Schritt E oder vielleicht sogar D oder ich fange immer ungern mit B und A an, weil dann heißt es, es gibt gleich ein A anfang, aber ob du zu E oder vielleicht sogar C kommen kannst und dass du bei C aussteigst und so veränderst du das Muster und so passiert F nicht. Nicht, also du kannst nicht, du kannst nicht bis E gehen und dann sagen, aber F mache ich nicht, sondern du musst probieren, also so würde ich das empfehlen, sozusagen nicht bis zu E zu kommen und dann vielleicht auch, wenn du merkst, das ist schwierig, weil eigentlich aus D immer E folgt, dass du dann probierst, eher zur C zu kommen. Wann ist es ein gutes und wann ist es ein schlechtes Muster? Unterscheidest du das? Was meinst du damit? Nein, ein Muster ist ja etwas, was ich wiederholt mache. Und dann kann ich jetzt sagen, mein Muster ist, jedes Mal, wenn ich hier bin, dann sind die Lichter aus und dann eine halbe Stunde vorher mache ich nichts und so weiter und das ist, das ist für mich ein gutes, hat sich als ein gutes Muster herausgestellt und dann ist aber, mein Kind bekleckert sich immer, wenn ich mit ihm über etwas sprechen will, ganz doll mit Wasser und dann werde ich richtig, da merke ich richtig, ich werde nahezu aggressiv, das macht mich richtig wütend und da verfalle ich in ein Muster, was man jetzt vielleicht als nicht so gut bezeichnen könnte. Also diese Bewertung gut und schlecht ist mir viel zu binär und viel zu aufgeteilt. Zum Beispiel habe ich immer wieder ja sehr erfolgreiche, sehr erfolgreiche erwachsene Menschen, also die jetzt schon etwas älter sind als Kinder bei mir und die haben das Problem, dass sie mit einem bestimmten Muster, mit einer bestimmten Art Probleme zu arbeiten sehr weit gekommen sind und zum Beispiel auch sehr erfolgreich geworden sind, sind jetzt aber in einer Situation, wo sie damit nicht mehr weiterkommen. Hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, du bist ein erfolgreicher Podcaster und hast aber immer wieder auch supernervende Situationen und hast festgestellt, ein kleines Späßchen hier am Rande, da kommt man irgendwie raus aus der Situation und dann geht es wieder von vorne los und so hast du komplexe Verhandlungssituationen gelöst und bist immer erfolgreicher geworden. Und hast festgestellt, wenn so eine bestimmte Emotion aufkommt in dir, dass du dann so einen kleinen Spaß am Rande machst oder dass du irgendwie, auch sehr schwierig, dass du dann irgendwie eine Flasche Bier rumreichst und dann alle sagen, okay, jetzt Bier und jetzt können wir uns nicht mehr streiten. So. Und jetzt plötzlich hast du ein Kind und du kommst in ähnliche emotionale Situationen und ein Scherzchen ist irgendwie echt daneben. Also auch du sitzt selber daneben. Ich muss gar nicht andere heranziehen. Du sitzt selber daneben und denkst so, wow, Matze, was soll denn jetzt mein Kind mit dieser Art von Sarkasmus anfangen? Das war jetzt einfach nur, wie Laura Lassen sagt, einfach nur wow. Und dann ist es eben wichtig zu verstehen, dass das ein gutes Reaktionsmuster ist und das eben vielleicht aber für bestimmte Situationen nicht gut geeignet ist und dass man sozusagen da anders reagiert. Ich habe zum Beispiel das, dass ich eben von meinen Kindern immer sehr stark eingefordert habe, bitte und danke zu sagen. Also weil ich das einfach so eine kleine Höflichkeit des Alltags finde, eine kleine Freundlichkeit des Alltags. Ich mag es einfach selber sehr. Und wenn jetzt Leute das vergessen, also am Anfang war es noch viel schlimmer, als die Kinder noch klein waren, bitte und danke zu sagen, dass ich dann so sage, also wenn die sagen, gib mir mal einen Stift drüber, dass ich dann retardiere und sage, bitte, also dass ich dann sage, bitte. Also es ist halt schon unangemessen gegenüber Erwachsenen. Ich finde es schon, dass es cool wäre, wenn das auch Erwachsene sagen würden, also absolut. Aber es ist jetzt, ich bin nicht deren erziehende Person. Aber bei Kindern ist dieses Muster angebracht, so unterscheidest du. Also du unterscheidest quasi, okay, hier ist ein Muster, bei meinen Kindern kann ich das sagen. Also erstmal danke, dass du mir das erklärt hast. Aber wenn ich das, mir ist das neulich bei einer Bäckerin, die hat das genauso gemacht. Sie sagte dann, fing an einem Menschen, der vor mir bestellt hat, irgendwie sagen, bitte. Jetzt sagen wir mal bitte. Und zu Hause mit der 14-jährigen Tochter mag das in Ordnung sein, dieses Muster, aber in der Situation ist es eigentlich nicht mehr angebracht. Genau, also jetzt in dieser konkreten Situation würde ich sagen, dass die Bäckerei-Fachverkäuferin auch das Recht auf eine höfliche Behandlung hat und eine Freundin von mir, die hat in einem Café gearbeitet und da kam eben einer reingeschneit und sagte, ich bekomme einen Milchkaffee. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja toll, wann ist es denn soweit? Und das finde ich schon auch gut, auf so diese kleinen Unhöflichkeiten zu reagieren. Aber genau, also wir müssen verstehen, dass sozusagen solche Muster, dass die eben angepasst sind und wenn was immer gut funktioniert hat, ist das toll, aber es heißt eben nicht, dass es auch weiterhin immer funktionieren wird. Ich meine, so viele Menschen aus der Ukraine mussten sich eben komplett umstellen. Ich kenne ja auch viele von denen eben durch die Arbeit und das ist halt krass. Also es sind halt, also sind überraschenderweise ganz normale Menschen wie wir, die da in der Ukraine gelebt haben und die sind eben erfolgreich und haben irgendein Leben einfach gelebt und Sachen gemacht und so kommen jetzt hierher und sind jetzt einfach erstmal für eine Zeit nur Flüchtlinge und kein interessiertes, ob die ein Diplom in, was weiß ich, Indonesistik haben. Und das ist auch echt eine krasse Umstellung und die alten Muster, mit denen die völlig zu Recht jahrzehntelang gelebt werden, können sie praktisch in ihrem Gastland wegschmeißen und so etwas ist normal, gehört so Menschen, die nehmen dazu und da muss man sich eben umstellen. Das ist aber toll, also zum Beispiel Kinder, was ich auch so toll finde, dass uns Kinder immer genau die Entwicklungsaufgaben geben, die noch übrig geblieben sind. Voll krass, ja. Also wenn wir immer ein bisschen lahmarschig sind und so, dann bringen uns unsere Kinder auf Trab. Aber wenn wir hyperaktiv sind, dann bringen uns unsere Kinder auch bei, ruhiger zu werden und nochmal nachzudenken. Wenn wir Organisationsfreak sind, dann bringen uns unsere Kinder bei, mit Unordnung klar zu kommen und umgekehrt. Also unsere Kinder schenken uns immer die Entwicklungsaufgabe, also die größten Entwicklungsaufgaben, die uns noch gefehlt haben. Und wir können jetzt super sauer darüber sein, dass unsere Kinder so absolut unordentlich sind und wir können aber auch sagen, ist das cool, dass ich einfach mich jetzt sogar noch mit 40 einfach weiterentwickeln darf. Das ist doch ein totales Geschenk. Ey, du hast mir jetzt gerade richtig das unaufgeräumte Zimmer meines Sohnes, hast du mir gerade richtig schmackhaft gemacht. Das ist toll, das ist ja toll. Und zum Beispiel jetzt mit dem Bitte oder mit dem Aufräumen, so dass man dann eben sagt, also ich sage das auch meinen Kindern, was ich dir gesagt habe, ich finde es schön, höflich im Alltag zu sein. Ich finde es nett, es erzeugt eine gute Grundstimmung, es kostet mich gar nichts. Und es ist auch was Antiklassistisches. Das heißt, auch wenn es mir viel besser geht als der anderen Person, kann ich der doch auf jeden Fall ein Bitte und ein Danke schenken. So erkläre ich denen das und hoffe, dass sie dann bis heute nicht denken, dass ich ein Arsch war, der einfach immer Bitte und Danke eingefordert hat, sondern ich bemühe mich auch selber darum. Und auch meine Kinder natürlich dürfen zu mir sagen, bitte. Also wenn ich das vergesse, dann dürfen die auch sagen, so. Ja, ich würde so langsam zum Ende kommen. Ja. Ich versuche immer eine Überschrift für das Jahr zu finden. Und für mich ist die Überschrift des Jahres nur das Wort Zuversicht. Letztes Jahr war es das Wort Nein. In dieser doch aufregenden Zeit, was schenkt dir gerade Zuversicht? Also ich habe ja diesen großartigen Beruf als Kinder- und Jugendpsychiater und man muss klar sagen, dass mir die kommende Generation auch Zuversicht schenkt. Da sind ganz tolle Leute, die ganz genau wissen, was sie tun, die auch gut damit umgehen können und gute Ideen haben, wie sie die Zukunft gestalten, die auch keinen falschen Respekt vor den falschen Leuten haben. Und insofern ist mein Beruf auch immer eine Quelle von Zuversicht. Das heißt, dir geht die eigentlich nie aus? Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Bisher nicht. Wie schön. Voll gut. Also das heißt, du bist auf jeden Fall in deinem Beruf auch sehr, sehr glücklich. Also wir haben ja viel über deine Arbeit als Psychiater gesprochen, aber wahrscheinlich ist es bei dir auch diese, habe ich auch in der Vorbereitung gedacht, diese beiden Welten, die bei dir auch zusammenkommen, als Autor, als Psychiater und dann das irgendwie zusammen zu machen. Ja, klar. Das ist schon toll. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Oh, ich bin ja immer ganz viel. Ich bin seit kurzem Imker, weil ich das irgendwie schön finde. Hier in der, machst du das hier in Berlin? Nein, nicht in der Stadt, sondern im Garten. Wir haben einen Garten und da wohnen auch meine Bienen. Und da ist ständig sehr, sehr viel zu lernen. Also ich sage immer, Imkern ist so wie Tetris spielen und am Ende hat man Honig. Also man muss ständig irgendwie nachdenken und vordenken und das Richtige machen und dass es denen gut geht und was jetzt der nächste Schritt ist und so. Und wenn man das alles dann macht, dann fällt sozusagen nebenbei gar nicht so wenig Honig ab. Und das ist so was, was ich gerade, also was gerade so ein großes Ding ist. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Ah, die denken, dass ich gesellig bin. Andere denken, dass ich gesellig bin. Andere denken, dass ich total gerne mit anderen Leuten also so chille, dass ich und eigentlich bin ich, fällt mir das sehr schwer so. Wenn es sozial akzeptiert wäre, würde ich auf jede Party nur eine Minute 30 maximal gehen. Ich würde wahnsinnig gerne hinfahren. Ich würde mich auch so schön wie möglich anziehen. Ich würde wirklich ein Geschenk aussuchen mit allem, was ich weiß über diese Person und würde es dieser Person von Herzen übergeben. Wirklich, also von ganzem Herzen. Aber ich würde gerne wieder nach einer Minute gehen dürfen. Und warum gehst du nicht einfach wieder? Weil ich diese Unhöflichkeit nicht begehen will. Weil ich wirklich das nur machen würde bei Personen, die ich sehr mag. Und ich weiß, dass das als unhöflich gelesen wird. Und darum geht es mir überhaupt nicht. Nicht. Also das ist der Grund, warum ich das nicht mache. Ich würde jetzt, also bescheuerter Erfragung, dann bleibe ich ja lieber zu Hause. Also weil es ja so ein Erfragung ist, dass ich dann lieber zu Hause bleibe. Aber das würde ich schön finden, wenn ich auf einer Party unter fünf Minuten bleiben durfte. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn wir jetzt miteinander hier sitzen, da bist du sehr gesellig. Also eins zu eins. Weißt du eine Größe bei dir, wo du merkst, oh jetzt wird es eigentlich, jetzt bin ich nicht mehr gesellig. Also ich habe jetzt kein ungeselliges Empfinden. Ich habe jetzt die jahrzehntelange Erfahrung gemacht, dass ich auf Partys oder eben auf solche Art von Zusammenkünften früher oder später ziemlich krasse psychiatrische Fälle serviert bekomme. Und die dann aber so komplett un-, also die dann so wie lose Fäden in meinem Kopf hängen. Also ich kriege so ein Verantwortungsbatzen irgendwie reingereicht, wo ich jetzt dann mal so damit machen kann, was ich will, aber eigentlich auch nicht. Also ich bin schon auch ein bisschen in, also mein Gehirn jedenfalls zwingt mich in Richtung Denken und Handeln. Und das ist sowas, was ich, was sehr schwer ist so. Aber es ist eben auch, liegt auch an mir. Also das ist jetzt nicht, hey, ihr Leute seid alle so gemein. Das liegt eben auch an mir. Das ist halt, klar, es ist mein Beruf. Ich werde darauf angesprochen, schnell ist man bei, ich werde darauf angesprochen, schnell ist man bei psychiatrischen Themen und dann wird es schnell manchmal ganz schön, ganz schön extrem. Und das, das ist schwer auszuhalten. Ja, verstehe ich. Ich empfehle, immer an einem Ort zu bleiben, auf einer Veranstaltung. Immer genau, also auf einer Veranstaltung, ich kenne das ein bisschen, ich gehe immer auf eine Veranstaltung, wenn ich da hin muss, ich bin auch, wird immer schwieriger, aber wenn ich dann hingehe, dann gehe ich an einen Ort und dann genau da bleibe ich stehen. Und meistens funktioniert es auch, dass man, dass ich dann mit einer Person dort über fünf Stunden stehe. also das ist dann irgendwie, ist es dann gesellig in dieser, in dieser Zweisamkeit oder es endet auch mal zwischendurch, aber es gibt nicht mehr dieses, hi, ja, ach so, ja, und so, also diese ganze, wo man so, oh was war das denn jetzt alles? Das ist zu viel, ja. Wobei ich das eben immer mal auch, also ich, also die Psychoanalytiker, die sind ja da sehr streng und auch super gut eigentlich, die sagen, man muss auch feiern, man muss sich auch feiern, man soll eben nicht so, also es gibt ja diese Leute, die aufs Prinzip nicht Silvester feiern, was ich total in Ordnung finde, wirklich absolut in Ordnung finde, aber, aber man muss eben gucken, wenn man dann gar nichts mehr feiert, dann ist es auch wieder so, aha, okay, das heißt, du feierst nicht Silvester und aber auch die anderen 364 Tage im Jahr nie, also es ist schon auch irgendwie wichtig, so Lebensabschnitte zu setzen, du hast ja jetzt diesen künstlichen Lebensabschnitt Jahreswechsel genommen, total nachvollziehbar, nutze ich auch, ich habe hier zum Beispiel das erste Mal jetzt Dry January gemacht, aber war super, also so und man muss es, soll es auch mal nehmen, um zu feiern und genau, das mache ich dieses Jahr bestimmt auch noch. Hoi, ja, ja, jetzt geht es nochmal richtig an. also, naja, im Sinne, dass ich die Fatih schmeiße, das ist schon nochmal ganz was anderes, da ist nichts mit einer Person an einem Ort in der Ecke stehen und reden, da ist dann schon viel rumlaufen und so, aber das ist auch, man muss das auch mal machen. Du kannst das machen wie bei Game of Thrones einfach, du hast so einen Thron, du setzt dich einfach da drauf, da kann dann alles passieren, also vor, naja, ist vielleicht ein komisches Bild, wenn du so einen Thron hättest. Das muss man sehen. Muss man sich wirklich vorstellen. Genau, wie man immer in Drehbuchbesprechungen sagt, wie sagt man, ist schon viel Gutes mit dabei. Ja, ja. Oder in China sagt man so, nein, da denken wir gerne mal drüber nach. Das ist so die stärkste Art des chinesischen Neins, lass uns nochmal darüber nachdenken. Es heißt wirklich absolut no. No. Die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle da draufsteht. Was schreibst du drauf? Also tatsächlich war ich mal in dieser Situation, da es gibt so einen großen Berliner Werbesponsor, der immer im Januar sozusagen einem guten Zweck das zur Verfügung stellt. Und da hatten wir damals die Kampagne, wer beim Kampftrinken gewinnt, hat schon verloren. Also da ging es darum, dass wenn man viel Alkohol trinken kann, dass man ein sehr viel höheres Risiko hat, alkoholabhängig zu werden. Ich würde sagen, genau das einzige Wort-Tattoo, was ich mir machen werde, never don't give up. Never don't give up. Never don't give up. Das ist auch mein Lebensmotto. Never don't give up. Das ist unerwartet jetzt von dir, finde ich. Never don't give up. Never don't give up. Es ist in seiner, es ist einfach, ich mag es einfach. Es ist klar, was gemeint ist. Es ist aber trotzdem nicht perfekt ausgedrückt. Es ist schön und rührend. Es ist einfach. Ja, den nehmen wir. Wie kann man sich kalt und, kalt und hartherzig fühlen, wenn jemand zu einem sagt, never don't give up. Ja. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es hat mir große Freude gemacht. Danke dir sehr. Ich habe viel erfahren und mich schon hingekritzelt und freue mich auf eine nächste Begegnung und weiß, wenn die nach anderthalb Minuten vorbei ist, absolut in Ordnung. Für mich, genau, für uns ist es in Ordnung. Für absolut in Ordnung. Vielen herzlichen Dank. Danke, Matze. Das war Jakob Hein. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Wir haben überhaupt nicht über seine beiden Bücher gesprochen. Betrunkenes betragen und der Hypnotiseur. Ich packe euch die Links in die Shownotes. Schaut da mal rein. Ich glaube, euch wird das gefallen. Mir haben die beiden Bücher, sie sind sehr, sehr unterschiedlich, richtig, richtig gut gefallen. Ich habe aus diesem Gespräch vor allen Dingen mitgenommen, dass ich irgendwie schon doch weiß, was richtig für mein Kind ist und ich das einfach machen sollte und auf mein Herz hören sollte. Das ist ein bisschen einfach und trivial, aber irgendwie, ja, das habe ich mitgenommen. Ich bin gespannt, was ihr wie immer mitgenommen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Bei YouTube geht das ganz einfach oder bei Spotify. Ich lese mir das gerne durch und alle anderen auch, wie ich weiß. Und so kriegen wir verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Max Mirn Frisch für die Produktion und an Mitvergnügen für die Vermarktung und Distribution. Und heute gibt es auch einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Und zwar ist das die Folge mit Aladin Elma Falani. Da geht es ganz viel um Bildung und das hat ja auch viel mit unseren Kindern zu tun und deswegen, glaube ich, macht das jetzt Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Auf bald. Euer Matze.